Ah, danke. Hast du die Stimme sofort gehört? Hast du die Stimme sofort gehört? Hast du die Stimme sofort gehört? Ich höre nämlich in meinem Stream auch immer diese Fonk. Fonk-Music. Das hört mich ganz spannend. Ich schau mal 90er. Beppo ist live. Fick ich gleich mal auf. Oh nein. Uff, ich habe Werbung. Beppo! Beppo streamt halt auch nebenbei auf Kick. Beppo! Ja, Kick habe ich noch. Ja, ich muss das noch installieren. Aber ich habe auch meinen Kick-Kanal und alles. Hallo? 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 Ah, hörte mich schon. Beppo, ich habe Geräusche. Beppo, ich habe Geräusche. Ah, hörte mich schon. Bei den Panels. Bei den Panels. Bei der Panels. Bei der Panels. Bei der Panels. Ja. Ein Moment. Wieso höre ich mich doppelt hier? Ah, hier ist das Problem. So. Du gehst bei Panel-Einstellungen und da kannst du dann bei Widgets, zusätzliche Widgets-Einstellungen, kannst du dann diese Sticker wählen. Und dann musst du dich bei denen anmelden und dann kannst du da auch individuelle Stickern reinsetzen. Zum Beispiel von meinem nackten Puch? Zum Beispiel? Ich habe Beppos Haare heute gesehen, Marcel. Beppo hat fast so lange Haare wie ich. Uff. Ja. Fast. Scheiße, wie habe ich kein Bild? Ich weiß auch jetzt mal. Mein Name sieht auch aus. Stream Stickers. Da sind sie zum Kanal hinzufügen. Open the dashboard. Ja. Du kannst einfach drauf drücken und dann steht er zu meinem Kanal hinzufügen. Naja, habe ich gemacht. Was mache ich denn mit diesen Stickern? Warum sind sie gut? Kann ich fragen, was mache ich mit diesen Stickern, wenn ich fragen darf? Die kommen, die kommen. Die kommen in den Stream. Ja. Oh mein Gott, bitte. Die werden quasi auf dem Bild geklatscht. Aber ich kann die nicht auswählen, Beppo, weil da steht, du wärst nicht offline oder hast not yet activated Stream Stickers. Ja, ich weiß, weil ich die noch nicht konfiguriert habe. Ach so, okay. Das wollte ich sowieso noch nächste Woche mal richtig einstellen, weil es ist etwas komisch, weil du musst die Stickern über ihre Internetseite konfigurieren und dann wird das in Twitch übernommen. Ach so, oh Körper. Ich muss das noch ändern. Ich glaube, ich sag Kiki, dass sie die Sachen unter ihr Cam, soll sie wegmachen, weil das nimmt so viel weg vom Bildschirm. Sie soll das oben machen. Das würde besser aussehen. Du kannst sogar eine Sticker-Party machen. Ja. Das hatte letztens eine Streamerin, die hatte bei Hypetrain Level 5, hat die das eingestellt, dass die Sticker alle für eine Minute kostenlos waren. Und alle haben die Sticker auf ihrer Presse gemacht. Auch mit Sounds und so. Hallo, Cam. Ich hatte eine Zeit lang was drin, dass man ähm... Ähm... Boah, Beppo! Yo! Der Sound ist laut. Da wird man wach. Nee. Ich wechsle das jetzt ab. Ähm... Was würd ich sagen? Oh, danke! Ich kann leider nicht mehr Prime abonnieren. Mein Prime hat Kim. Und der nächste wird bei dir sein. Yay. Ah, ich schwör, meine... Ich schwör, mein Ding ist für ständig Beppo deabonnieren. Ich muss... Ich muss... Ich muss Sabrin auch noch Bescheid sagen, dass sie ihr Prime gerne aktualisieren soll. Okay, wieso wird wieder mein Controller nicht erkannt? Ich hab das gar nicht an bei mir im Stream. Das Sticker ist safed. Super only. Okay. Nein. Nein. Aber das ist für mich gar nicht... Hört ihr eigentlich die Musik, oder nicht? Entschuldigung, ich hab meine eigene Musik laut. Was? Okay. Warte. Warte, ich mach an. Ah, ich hab meinen Monitor zu leise. Hör das nicht? Na, dann ist es gut. Dann hört man es nicht so. Ich spür den Bass unter meinen Füßen. Na, ich hör echt nix. Mensch, ich war schon ewig, Katja, nicht mehr im Spiel. Dann haust du sofort 24 Stunden rein. Ja. Ich liebe das Spiel eigentlich. Aber ich hatte nicht mehr die Zeit gefunden. Okay, was ist jetzt los? Achso, okay, ich verstehe. Ne, das will ich nicht. Ich geh wieder zurück. Ich hörte, du kannst so viel Scheiß in deinem Spiel sehen. Ey, was ist das denn für ein Stumpel, ey? Ich will kurz ein Foto von machen. I'm quiet, Lola. Na? Ich schick's in Discord rein. In Beams. Ähm. Dinger. Was ist das für ne Perspektive, ey? Dürfen wir dein Geschlecht wissen? Geheim. Ne, männlich. Geht's wieder damit los, Mann. Welche der folgenden Geräte benutzt du überhaupt, äh, hauptsächlich zum Spielen? iPhone hasse ich. Android ist das Beste. Ja. Äh. Ich benutze den Land-to-Switch, eine Playstation. Was ist dieses, dieses Guests da? Das heißt? Das, was ich dir letztens erklärt hab. Okay, das heißt, da könnten wir gemeinsam dann zocken, also die Reaction-Videos machen eigentlich. Ja, richtig. Äh, das ist das, was ich auch dir mal erklärt habe, das mit den, äh, äh, Gäste-Streams. Ja. Okay. Auf verschiedenen Arbeiten sind mit anderen, ob wir öffnen das Beta-Zugang für eine... Ah, ne, das gibt's ja noch gar nicht. Das müssen wir anfragen. Ne, ja, aber du hast sofort angenommen. War bei mir auch. Early-Access-Anfragen? Ja. Ja. Danke für deine Interesse. Hole Gäste aus Gäste. Jetzt guck ich hier. Ja, von Spielen für Handy spielst du. Ach man, muss ich jetzt Chrome aufmachen? Aller Spiele, was mach ich auch? Ja, Diablo spiel ich auch. Äh, ne. Ist das nicht, ist das Edge? Microsoft Edge. Ah, deine Mutter. Ja. Deine Mutter. Ich hab das gar nicht. Chrome. 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 Habe ich das nicht? Warum hab ich das nicht? Was ist denn das für mich heißen? Nimm ich hier jetzt. So, Tower of Fantasy spiel ich Starwail, spiel ich Homecay Impact 4, spiel ich... Äh, was spiel ich noch? Äh... Ne, den Rest kenn ich nicht. Ach doch, da war noch Earthlight. Äh, Tower of Fantasy... Blablabla. 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 Favela, Favela. Was? Es ist ja gut, dass wir damit so gut klarkommen mit dem Wort. Ha, 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 ha. Favela, Favela. Das ist ein Alert. Favela. 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 Hier sind tolle Fragen. Welche der folgenden Spiele hast du schon einmal gespielt? Apex Legends. Nein. Habe ich gestern gespielt. League of Legends. Sagt mir... Das Spiel sagt mir jetzt nichts sofort. Minekraft. Äh... Ich kenn Apex. Apex kenn ich auch nicht. Was ist das? Also ich kenn Apex, aber nicht Apex. Den Carl of Duty. Ja, den kenn ich auch. Den... Ah, den Carl. Ja. Was hast du noch? Ah, was hab ich noch gespielt? Final Fantasy Online hab ich auch gespielt. Destiny 2. Nein. Final Fantasy meinst du? Ja. Und äh... Fornite. Fornite? Für die Niete. Fornite. Ja. Gäste zeigt mir auch was. Ach, ich hab meine Kette gerade fast zerrissen. Alles. Äh... Naraka. Blade Point hab ich auch schon gespielt. Impotiere Gäste als Browser-Cane. Du musst diese... Begrüße bis zu 5. Du kannst gar nicht mehr hören. Gäste können einfach per Browser... Was ist da mit der Bitch jetzt? Mhm. 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 Ich hab gar nichts verstanden. Aber wala, bitte. Ich versuch das jetzt mal kurz, okay? Mit dem Gäste einrichten, dass du Bescheid wirst, okay? Ja. Du musst einfach eine neue Szene bei OBS mit einmal deine virtuelle Kamera. Und äh... Beziehungsweise einmal mit deiner Hauptkamera. Du musst eine virtuelle Kamera einstellen. Und äh... Ja. Das war's. Ich überhaupt nicht einstellen, da kann ich... Wird dir alles sonst erklärt. Wo ist mein Fiffin? Du bist auf Windows und kannst und dann nicht Webcam weiter... Fick dich. Das ist meine Webcam und hier ist... Wo ist mein Fiffin? Vielleicht wieder voraus, okay? Tschau, tschau. Okay. Tschau, tschau. Tschau, tschau. Tschau, tschau, tschau. Tschau, 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 tschau. Welcher der folgenden Anime hast du schon einmal gesehen? Faitreuer, One Piece, Neon Genesis, Shujutsu no Kaisen, Bluelock nicht, Jojo, ja. Der Tag an dem ich als Schleim wiedergeboren bin, ja. Naruto. Da, 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 da... Da, okay. Ehhhhh, Kaguya-sama love is one, ja. Okay und wie könnte ich jetzt... Masse, ich versuch jetzt einfach mit dir, No. Was? Wenn ich dich jetzt einladen würde, wollen... Slot 1, um dein Layout zu... Kopiere zunächst einzelne und füge sie in deinem Stream Software als Prozoclon ein. und ich muss es jetzt hier einführen die Faktoren sind die normalerweise bei der Wahl eines neuen Spiels am wichtigsten künstlerischen Stil gute Bildschirmauflösung Mehrspielermodus Gäste einladen, ich gehe jetzt zu Quokka Geht das jetzt überhaupt? Quokka? 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 Okay, deine Gäste und deine Gäste können sie zunächst in die Warte schlagen Gäste im automatischen Zug bereit machen Ich versuch das jetzt Marcelo Ja, warte mal, ich muss erst meine virtuelle Kamera Dings Oder ich mach kurz mit meiner Wappokamera Ja, dann hafnet mir das Flo muss bedrinkt ne Kamera Oh, alles nochmal OBS jetzt offen, alles nochmal das Mutuelle Kamera, FaceTime Mobile Oh Gott, das ist kein gutes Oh 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 Das muss ich dann in meinen Stream reinsetzen oder nicht? Dass man dann dein Gesichtchen mal sieht Oh 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 So Jetzt müsstest du mich eigentlich sehen Okay Ciao Okay Und dann im Stream zeigen, ne? Reit... Okay, das heißt ja, ist live, dein Gast ist... Vergewissere dich in deine... Du bist live. Was? Der Stream ist jetzt live. Beruhigst dir die Zuschauer. Aber du bist jetzt bei mir. Guck, da bist du! Ne, du bist nicht live. Also, ich sehe nur dein Gesicht hier. Moment, ich bin aber live, oder? Nein, ich habe keine Nachricht bekommen. Hey, kann ich dein Gesichtchen jetzt einfügen? Wow, das sieht aus einfach voll cool. Eigentlich können wir das jetzt näher cool machen. Genau, wenn ich dann zwei habe, dann kann ich Beppo noch hinzufügen. Geil. Cool. Also Marcel und ich sind hier gerade voll am Umwerk. Okay. Nein, du bist, ja, du bist live. Wie, mein Ding zeigt mir das gar nicht an. Also ich sehe gerade dein Stream-Element. First Farmser is now live streaming in Klammern Game Titel. Du hast Ausrufezeichen live reingeschrieben. Das war vorhin. Nein, ich bin nicht live. Okay, aber die Sache ist die, weil meine Cam jetzt hier ist. Jetzt sehe ich meine Cam nicht im Stream. Du musst eine virtuelle Kamera einstellen. Geh mal in OBS auf deine Steuerung. Ja. Und unter Aufnahme starten steht virtuelle Kamera starten. Da gehst du auf das Zahnrad. Ja. Da tippst du bei Ausgabetipp tippst du Quelle. Ja. Ausgabe Auswahl machst du deine Webcam. Bei Gastar musst du nämlich deine virtuelle Webcam einstellen. Oh, der ist irritiert von meinem Live-Badge. Ich bin auch nicht live. Das ist irritiert von. Ehe, warum, warum flinkt er denn? Ja, flinkt er denn? Also, hier war das nochmal. Also, bei mir steht's. Worunter hast du, hast du ein OBS deine Webcam abgespeichert? Wie heißt deine Webcam in OBS? Dobi. Ja, dann musst du die nehmen. Bei mir heißt die einfach nur Webcam. Okay, so, warte. Der Host oder der Mod hat der Mikro deaktiviert. Entschuldigung, weil ich hab dich doppelt gehört. Ich hab dich zu Anfang auch gleich gemütet. Sehr schön, so macht man das. Man lädt jemand ein und man stummt indirekt. Ja, aber so können wir das echt machen. Irgendwie krieg ich meine Cam auf. Wie heißt denn deine Cam zum Beispiel beim Gameplay? Wie hast du dir den da genannt? Lugi. Ja, und die. Aber ich hab die ausgewählt, aber ich glaub, ich muss zuerst das so einstellen hier und dann darf ich erst, ähm... Ja, sonst beende ich nochmal. Und dann wird's deine virtuelle Kamera raus. Weil ich werde in OBS jetzt gesehen und bei dir hier drin. Warte. Ich zeig dir mal meine Kamera gar nicht mehr. Beende mal dein Gestern. Was probieren. Genau. Okay, warte mal. Ach du meine Fräse. Ah, das ist besser, weil Beppe und ich haben es ja letztes Mal anders gemacht. Und da war es eigentlich nicht mehr. Ja, ich hab das über Discord gemacht, unten in die Kamera. Ja, das war echt nicht gut. Okay, jetzt hab ich dich zugemacht, wie du mir das gesagt hast. Hm. Also, wenn du ein Overlay haben willst oder so, äh, kannst du es auch. Dann musst du eine Hilfs-Szene quasi erstellen. So, ich mach das jetzt nochmal mal, okay? Ich lade dich wieder ein. Jetzt hab ich das so gemacht. Ich hab das schon angemacht, diese Virtual-Demonstart. Das heißt, ich lade dich jetzt ein. Das ist automatisch PBS virtuell dann. Das ist bei dir auch, wenn du startest, ist das auch gleich automatisch eingerichtet. Ja, das ist gut gemacht, okay? Na, ich bin... Spiegel verkehrt. Das kannst du, glaub ich, nicht ein... Ich bin auch Spiegel verkehrt. Okay, Spiegel. Das kannst du, glaub ich, nicht einstellen. Okay. Erst einen Slot zu weisen. Verstanden. Und Stream Slot zu weisen. Verstanden. Wallabilla, jetzt geht's. Und du kannst bei OBS, du kannst bei OBS eine Szene abstellen, wo du die zwei Camps einbaust. Und die Camps halt auch kleiner machst, damit du das, äh, den, den Bildschirm quasi im Vordergrund hast. Kannst du alles einstellen. Da wählst du einfach deine Kamera aus. Ja. Machst du hier quasi in der... Ich sag jetzt mal links unten. Ja. Dann wählst du die Quelle meiner Kamera aus. Also, die Quelle meines Fensters. Bei, 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 äh, jetzt da. Da hast du ja am Anfang so ein Ding gehabt, ne? Mhm. Den fügst du dann in der Szene ein, wo du, äh, äh, deine, äh, Kamera unten links hingesetzt hast. Und dann setzt du meine Kamera unten rechts hin. Und dann, da, wie. Und schon hast du die... ...Rexion Szene. Ja. Dann mach ich meine Gäste da. Dann mach ich meine Gäste da. Zufügen. Mach Browser. Also ganz normal wie in den Browser Quellen hinzufügen. Die... ...gibst du dann rechts unten hin. Mehr ist das eigentlich nicht. Und dann, dann fügst du in der Szene, fügst du dann quasi nur deine Bildschirmaufnahme hinzu. Ja. Oder, worüber du dann Reaction machst. Ich denke mal, das ist super Bildschirmaufnahme, ne? Äh, ja. Ja. Und sowas. Das fügst du ein, packst die Kamera da drunter und dann hast du auch nichts. Also ganz normal wie du es auch so eingestellt hast. Mit deinen Reactions. Ach Gott, ist das immer so... ...so eine Mega-Mache? Ja. Ja, aber jetzt wissen wir schon mal, dass wir das irgendwie hinkriegen können. Aber das ist eine Sache der Übung. Ich hab's mir... Ich glaub zwei oder dreimal bei Nielsen angeguckt und dann... ...hab ich verstanden. Äh... Come on. Wo war das jetzt? Ich könnte dir ja auch... Ich muss Overlay machen. Also ich hab ohne Overlay. Es ist... Es ist eh alle Spiegel verkehrt. Aber trotzdem, ich versuch das gerade. Wenn ich deiner Cam... ...dasselbe wie mir... ...wie meiner Cam hält, oder? Mhm. Ich mach mal ne Test-Szene auf. Mit meiner Kamera. Mit deiner Kamera. Ähm... ...joh, ich hab's Büro auf meine Radi. Oh Gott... ...komb ich ist... ...weil ein Spohlen...! ...bist... ...huh. ...komb ich kann... ...komb ich dann... ...und bein... ...und... 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 21 mal 89 Cash-Line Jetzt rutscht sie richtig hübsch aus auf deiner Kamera. Jetzt hast du ein schönes Obernehmen an mir. Ich rieche das bei mir auch, ne? Naja, aber du hast jetzt das gleiche Obernehmen. Ich hab dir das alte so richtig hübsch gesungen. Ich seh dich auch grad nicht mehr beim Gestern. Ehe? Oder weil ich eins gestartet hab vorstund. Na, ich seh dich nicht. Ich seh dich nicht mehr. Aber mir hast du so richtig hübsch aus. So, ähm. Ich nehm das jetzt mal um. Umbenennen. Ich nehm das gleiche Angetecht wird. Ah, hier weiter. Ich nehm das gleiche Angetecht. Ich nehm das gleiche Angetecht. Ich nehm das gleiche Angetecht. Und das gleiche Angetecht. Ich nehm das gleiche Angetecht. Imagine two rumbles. drin da stellt warte bis der hostig backstage abholt zugriff zulassen ich muss das noch mal cash aktualisieren ich habe das spiel mindestens jetzt vier monate nicht mehr gespielt das heißt wenn du gestern machst dann kann ich das nicht bei mir einführen oder ich wollte gerade einfach nur testen ob deine kamera angezeigt wird aber bei mir wird sie nicht angezeigt aber ich mach mal weg zähne link für kopiert habe ich so alles auswählen löschen einfügen weil dann kann ja aber nur immer nur einer nein normal was bei der nöt einer wird der höchste aber wie kriegt der ein anderer ist wenn du denn gäste eingeschaltet hat musste auch mein bild gehen und oben steht denn in den stream aufrufen oder sowas ja ich habe sofort ich habe einfach angeklickt dass das sofort passiert automatisch wenn jemand wenn die person keine einladung kriegt kommt ja sowieso nicht darauf deswegen und wenn sie das ich mach dir mal ein bild ich schick das denn rein muss einfach nur seine kamera einfügen also den link text kopieren quasi und dann kriegt das wieder mit rein jetzt du das ja in deinem stream so aber wie bekomme ich das jetzt in meinem stream zur selben zeit da du mal deinen gäste und lad mich dann mal ein mal schauen wir mal weil ich habe dich ja jetzt in mein stream aufgerufen ich weiß nicht ob das geht wenn es nicht geht dann streams hat nur du bei deinen reactions ich kann ja dann anderen zwar stream aber man sieht dich halt nicht ich glaube du gehst automatisch ich glaube du gehst dann bei dir automatisch raus weil jetzt bist du weg von deinem eigenen also noch bin ich drin ich sehe ich nämlich das problem hatte ich freue mich auch steht warte bis dein gast sich verbinden hier steht verlassen und an dieser session teilnehmen in der aktuell aktuellen zwischen bleiben ja du hast bei mir auch ein ausrufezeichen hinter warte wenn ich ihn jetzt hier wieder raus gehe jetzt bin ich rausgegangen jetzt muss ich wieder bei dir sein ach ja dann machst du das halt und ich habe das bei mir eingeschickt wie das aussehen wurde weil dann habe ich dann nehme ich dann beppe und dich rein ach so okay musst du einfach nur den link meiner kamera quasi kopieren und dann bei dir als reine reinsetzen weil wenn ich dich dazu mache dann habe ich ich habe denen schöne schöne dingus gemacht das kann ich jetzt auch noch einfügen und hier so einen rahmen verpassen aber ich hatte nur so testweise gemacht jetzt wissen wir wie es geht das geht das ist die hauptsache genau weil das heißt wir können es dann auch machen das ist das wichtigste weil das was wir letztes mal da gemacht haben das können wir nicht machen also ich mach etwas drüben ich weiß nicht ich weiß nicht es ist mal die virtuelle kamera deswegen bin ich cool ich hab mir doch geschlossen was hab ich denn jetzt von archivement abgeschlossen Mr. Roboto was ist das? weil wir was gemacht haben was ist das achievement? füge.. 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 ah nee das ist schon alter ok 22 tagen volle das habe ich jetzt erst aktualisiert ja manchmal kommen die achievement ziemlich spät grad mhm dein geschenkeabo für exo ist abgelaufen ja brauche ich ne ich bin seit fast fünf monaten oder so als herz und meine freundin von der genz kommt zurückkommt meine künstlerin der macht sie mir meine e-mails und wird sie auch auf den kanal eben markiert ich habe auch weil ich meine muss noch mal neu zu machen ich habe kein gg kein kein ding ich habe halt nur die eine tanz und die kokos nachdem mit der gitarre der bleibt auf jeden fall das ist quasi das im mut wenn wenn ich immer rund musik abspiele das ist das im mutter für irgendwas eingestellt das ist so dumm dass du das alles nicht gucken kannst außer du machst den stream an wenn ich eine aufnahmestatue das bringt auch nichts vorgehindert ich muss echt meinen stream deswegen machen was hast du denn da eingestellt irgendwie mit spotify verbunden dass mein lied angezeigt wird das was ich auch eigentlich eingerichtet habe ich will da gucken wie das aussieht warum das kann ich ja gar nicht gucken verdammte items gibt es hier zum spiel kann ich das erst gucken wenn das team an ist nein weil ich kann das hier kannst du spotify im hintergrund laufen da müsste es eigentlich angezeigt werden in meinem obs und dem obs ich habe es bei mir eingestellt ich habe es bei mir eingestellt ich habe es heute gesehen was du nicht gesehen hast ganz viel fleisch auf dem teller ich weiß ne ich habe kevids beine gesehen vor ganz ne ja habe ich auch schon gesehen die sind toll ne ja vor allem seine rechte kniekehle gefällt mir yo kim babbo guck an deinen oh der kim liefst noch kim er lebt ich habe Pause kannst du dichhör äh ohne deconst dem wurde hier angeschrieben ich schau dich auf die fret Nee, halt nicht, sorry. Wie hat er alle Hände vorzutun? Hat er dich angeschrieben, der schmiedet, wie er gestorben. Wir haben nichts mehr von ihm gehört. Wir dachten, er wäre keine Ahnung. Du bist nie mehr Remco. Du bist fertig geworden. Du meintest, du kommst wieder und das war vor einer Woche. Du wurdest nie wieder gesehen. Ja. Wir wollten von der Vermisstenanzeige aufgeben. Ja. Kim wollte Kim als Vermisstenanzeige. Du hast gesagt, ich komm gleich wieder und du wurdest nie wieder gehört. Er war kurz Zigaretten holen. Er war die Mühle-Job-Hol. In einer Woche. Wir dachten, dir wäre was passiert, du wärst gestorben. Wie theatralisch. Oh, Werbung, jetzt hat er Werbung. Oh, diese Pfeifen. Wer hat Werbung? Nee, Kim. Aber ich war ja schon im Discord, ich hab euch ja gehört. After Twitch Poem, der ist ja kein Werbung. Ist so, also ganz im Ernst, ich hab auch Twitch Prime, weil ich einfach, ich hasse es Werbung zu haben. Ich hab so viel Prime, Mann. Ich hab, oh, YouTube Premium hab ich auch. Hab ich auch. Bin gerade selber rum. Also, ganz im Ernst, ich wollte unbedingt YouTube Premium, weil ich guck so viele YouTube-Videos, da lohnt es sich wirklich, YouTube Premium zu holen. Genau. Genau, mir geht's genauso, ich guck den ganzen fucking Tag, YouTube. Und, ähm, ich benutze kein Spotify, weil ich da lieber YouTube-Music habe. Ah ne, Spotify hab ich auch. Weil ich meine Playlist, die ich abspeichere, in den Videos oder als Musik, kann ich auch über die Musik-App laufen lassen. Gesundheit. Danke. Nee, also ich hab auch Spotify wegen meiner, ähm, Serienmörder-Podcasts. Kim, du musst unbedingt... Was muss ich? Nee, dann, also Kim, muss unbedingt Twitch Premium holen. Aber dann komm, Kim, Kim, Kim kommt gerade... Dann ist sie kein Werbung. ...gerade in den Stream, wo ich niese. Und dabei niese ich noch so. Heute wird euer Stream präsentiert von Monster. Wieder. Ja. Mickey... Ich bin keine Mickey-Maus. Also du musst deine Kanalpunkte einstellen, ich will auch irgendwas triggern. Ja, ich weiß, ich hab das noch nicht eingestellt. Das kommt alles nach, weil ich möchte das unbedingt. Er ist Ursula. Nee, ich bin Mickey-Maus. Ähm, komm, Kim, komm, wir machen... Ich bin Minnie-Maus, okay? Ah, Ursula ist die Freundin von Goofy, oder? Nein, Ursula ist die Hexe von Ariel. Ich bin lieber Minnie-Maus. Mensch, ich kenne mich nicht so gut in den Charakteren von Disney aus. Die Hexe von Ariel. Aber die ist eigentlich... Ich muss sagen, die ist echt cool, weil die hat diese beiden Zitterahle da. Und die finde ich aber schon überträgen geil. Komm, ich schalte mir mal... Naja, die sah immer so aus wie meine Tante. Die war jetzt genauso fett. Was machst du? Ich schalte mir jetzt ein Emo bei Bebo frei. Ein Emo? Ich schalte mir frei. Ein Emo. Ein Emo? Was für ein Emo? Welches Emo willst du freischalten? Das hab ich mir jetzt freigeschaltet. Oh! Die Katze. Die Katze. Die Kanalpunkte. Okay, okay, ich bin die Herzkönigin von Alice im Wunderland, weil... Wenn ich... Wie war das nochmal? If I got the temper... Warte! Ich hab'n Stift bekommen von meiner besten Freundin. Da steht drauf. Da steht drauf. If I lose my temper, you lose your head. Den Stift hat mir meine beste Freundin gekauft. If I lose my tampon, you lose your head. Nein. Aber ich wurde schon ein paar Mal mit dieser Herzkönigin verglichen. Die Herzkönigin von der Kinder-Version oder von der Erwachsenen-Version. Von der Erwachsenen-Version muss ich ja eine Dauerwelle machen. Nee, ihr Niesen ist wie das Lachen von der alten Tante bei Harry Potter. Hä? Hä? Welche Tante? Was für eine alte Tante bei Harry Potter. Wie wir alle hier so... Hä? Hä? Elyas zahlt einfach 34.000. Elyas, gib mir mal Wage-Hübrer. Ja, ja, die, äh... Die mit dem pinken Hut und alles. Ist das nicht die ekelhafte Fotze, die niemand macht? Ja, doch, das ist die Fotze mit den Dementoren. Aber die lacht doch nicht, die lacht nie. Die Dumbledore-Sons. Ja, aber die lacht doch nie. Doch, die lacht ganz oft. Die macht doch immer so... Dieses kranke Lachen. Was hat mein Tchuu damit zu tun, Mann? Er will nicht beleidigen. Hast du wenigstens gesehen, dass Beppo in 24 Stunden Stream macht und er ist bei 44 Minuten? Stabile Sache. Ich wollte das nur mal so betonen. Boah, Peter, er zieht das durch. Er zieht das durch. Ich zieh das durch. Durch die Nase. Aber du ziehst das alleine durch. Also, ich hab von Donnerstag auf Freitag bis 3 Uhr gemacht, okay? Ich hab gestern auf heute bis 4 Uhr gemacht. Ich hab was halb zehn gemacht, das heute. Gott, ey. Ich hab das schon, glaub ich, drei Stunden mit Avi noch telefoniert. Ja, geil, die haben jetzt 8 Mile unten in der Stube an. Und Emine. Ich hab Wonderwall an. Ich hab gar nichts an. Oh, Marcel, du hast nichts an. Wie, du hast nichts an, Marcel? Ja, was meinst du, warum meine Kamera aus ist? Du weißt, das zählt nur für Frauen. Bei Männern wird das als öffentliches Ärgernisses angesehen. Du hast dich aber jetzt verdammt schnell ausgezogen. Du wirst gemeldet dafür. Wann fängst du morgen an, Marcel? Um 14 Uhr. Ja, dann kannst du doch noch bleiben. Nein, ich bin müde. Das ist unser Regal. Ich bleib doch jetzt nicht alleine mit Rippo hier, wenn er ein 24er durchzieht. Ja, Kim ist auch noch da. Kim Senior. Ja, aber der labert hier nicht. Ja, er hat den Namen geschrieben. Dolores Umbridge. Oder Umbridge. Sonst, äh, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer ich hier noch unten bin. Das war keine Ahnung. Ja, 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 du kannst hier noch bleiben. Dann bist du auch nicht. Nee, die will ich nicht hier. Das geht mit Rippo auch gleich. Was war's dann mit den 24 Stunden? Ich nehme keine Drogenmenschen rein. Ich rauch, ich ziehe auch nicht an der Bonk im Stream. Nee. Nur weißes Pulver ist erlaubt. Also, ich hab Kiki ja auch aus der Follower. Alles so rausgeschmissen. Also, ich seh nicht mehr, wenn sie online ist. Ich muss sie immer suchen. Eiß kalt. Für mich ist es nur, ich möchte nur lachen, wenn ich sie wieder sehe. Ich such sie dann immer, wenn Kim sagt, oh, guck in ihr Stream. Ja, dann suche ich sie immer. Sie traurig. Scheiße, wie komme ich hier auf die... Hä? Also, Marcel, wie gesagt, ich finde... Ich hab dich Marcel... Marcel genannt. Ich finde, Marcel... Maschallah. Maschallah. Ich finde, du könntest noch bei uns bleiben jetzt. Also, ich finde, ich geh jetzt offline und geh, mach mich bedfällig. Ja, nee, ich muss es nicht. Nein. Und der Beppo findet es auch nicht. Ich weiß gar nicht. Weil... Wir wollen, wir wollen deine sympathische Stimme hören. Sie hört ihr oft genug. Nö. Oder Beppo? Ja, ich fühl mich jetzt traurig. Ich verhole wieder herz. Okay. Ich guck mir morgen die VioD an. Ach, du Penner. Ich mach mein Armband hier weiter. Streamst du das wieder? Nö, nö, nö. Ich guck jetzt nebenbei wieder meine Geistervideos und du wirst mein Zeuge sein und mir nur durchhelfen. Wenn ich wieder komme, so... Hä? Jetzt gucken wir uns wieder diese kranke Scheiße hier an. Okay, denn bis morgen. Bis morgen. Viel Spaß. Halt durch, Beppo. Schon rum, Werbung. Ich würde euch so trillt, Twitch-Pol. Bis morgen, Marcel. Okay. Wieso hat er so viel Werbung? Das kann gar nicht sein. Ich habe zwei Werbungen in einer Stunde. Na, für Kim haben wir das extra eingestellt. Er dürfte gar nicht so viel Werbung haben. Das ist die Strafe, weil er eine Woche nicht da war. Ja, ich dachte, du wärst tot können. Wow. Und ich denke schon wieder nur an dich. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Komm, Beppo. Oh mein Gott. Nachdem. Ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Erlaub dich. Ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Was war da? Peter Maffer? Nee. Nee, Matthias. Oder Höne. Nee, Matthias. Matthias Reim. Verdammt, ich lieb dich. Ja, 11.11. Dann hast du immer auf den Höne. Ob da um Wismar. Pass auf den Hintern. Wismar. Ja, das juristische Kölner. Junge. Das sind alle überhaupt noch hier. Also Kim, was ich, was, was ich, was ich, was ich, was ich, was ich, was ich auch noch kann gehen, aus, ähm, Oli P. mit Flugzeuge im Bauch. Ich geh schon wieder nur an dich. Komm, Beppo. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Jo, Oli P. Gib mir mein, gib mir mein Herz. Zurück. Zueinanderbrüchen. Tausendmal. Oh, okay, ich such's dir raus. Warte, weil der das nicht von mir geliebt. Tausendmal. Das ist schon ein ganz Schlagerlischt. Ich liebe, ich liebe Schlagerlischt. Mein Direktor auch. Nein, tausend und eine Nacht. Ja, dann muss jemand an den Disco kommen. Ja, nein, herzendunne. Ich muss mein Schallumma, mein Streamumma. Oder dat. Nein, ne. Tausendmal gerührt Tausendmal ist nichts passiert Tausend sind's eine Nacht Und es hat so gemacht Ich hatte immer gute Tränen Ich habe mit Jana gespielt Ja, okay, mich kann ja mich bannisch erwähnt, dass wir machen Das ist mir egal Ja, Streams wird nicht gebannt, weil es in den DMC-Dingel richtlinien ist No Gays Tausendmal gerührt Tausendmal ist nichts passiert Tausendmal ist nichts passiert Tausendmal ist nichts passiert Ich kann den Stream auch ummachen währenddessen wo ich mein Bannischer flaschen und Musik laufen los und dann hörst du mein Musik Ich will das Ich will das Ich weiß nicht, dass ich meine Zuschauer Ich weiß nicht, dass ich meine Zuschauer Ich weiß nicht, dass ich die Streamingzeit auf der Watchtime Ich kann ein Bildschirmübertragung machen von Bappo, seinem Streamer und meine Musik laufen lassen Dann hörst du Bappo, wenn du gehörst auf meine Musik Wir schreien So, ich will das Tausendmal gerührt Tausendmal gerührt Welche Level hast du, Babo? Bei was? Bei den Spielen, du hast die Kinder. Also die Weltstufe, du hast die Weltstufe 70. Und meine Charaktere sind alle um Maximum. Ah ne, die Tür kann ich nicht mehr an. Ah ne, du kannst schütteln deinen Speck von Peter Fox. Jups. Das ist die Level 90, mein Charakter. An dein Schaf, weil du hast die Level 90. Ja, das ist die Level 90. Oh ja. Ich war halt Spielmodell. Also ich kann den Spielen schon. Ne, du musst nicht spielen. Ja doch. Zuck. Ich liebe Mihoyo. Das ist ne Map, was im Hintergrund nur sehr. Ja. Ja. Da kann ich wenigstens. Keine Diskussion über ihn zuerst. Ah, und was passiert hier? Das ist ne. Ja, du hast keine Schramm. Gefehl für die Steuerung. Das ist ja gut, dass du dich nur einfach stummst. Ja. Boah, schon gut fair man hat nicht mit Spiel gespielt. Da ist die Frau, dass nicht so viele Charakter rauskommen sind. mir fehlen da nicht mehr ein Stück der Kiempfizer hat brutal viel Werbung ich versteh nicht, warte ich muss... warte ich mach ein Heumult, da geh ich schon auf direkt also wir sind alldach im Bappo im Stream und ich schon noch nie... und ich schon reichhaut die Prime Dinge ich schon noch nie... so oft Dinge beim Bappo... warte ich guck... ich guck in den Kartoschstellungen äh... warte Stream-Einstellungen zurücksicht auf Twitch ne net quatsch äh... Videoproduktion äh... die ganz modell Werbung ist fast noch aufgespeichert ja das bei den äh... Auszahlungen oder... ne... Einnahmen englisch aus Färbungsausstellung oder ne... bei... Affiliating aus der ja äh... 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 warte guck mal mal du guck mal mal Hi Werbung... warte guck mal mal hi Werbung... Ich muss das mal hochstellen. Nicht, dass das sich irgendwie... Das wird sich irgendwie verstellt. Es war angestellt ab... ...22 Minuten Werbung an einer Stunde. WTF? Warte, das war immer drüber. Ja, dann hört sich das nicht angestellt. Voilà, so. Das wollen wir auch haben. Richtig angestellt. Änderungen in Sparschans. So, lass uns da drum gut sein. Ich kann euch verstehen, dass der Kim sich aufricht aus der Werbung. So, der Kim kann sowieso nur an 20 Sekunden drum da. So. Ja, für erklärte Züchtersehen, alle drei Minuten einen Reklammus. Das wäre nicht gewollt. Das hätte sich doch falsch angestellt. Ja. 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 Ja, aber Kim ist nicht bei ProSiven. Ja. Ja, aber Kim ist nicht bei ProSiven. Ja, Kim. Ja. 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 so käme ich konnte einkommen figuren du kriegst ja schon eine werbung ja aber das noch mal weil es sich nur umgestalten ob drei ob drei werbungen und das sturm das noch mal ok ms lo ein sturm ausgepackt 23 stunden stehen als nach vier 7 ich liebe gotcha games schon einfach so viel pfund ja hin als richtig steck ja ich will es aber das noch mal das wenn es das auch mit der imstellung ich schwere die scheisse werbung geht fast auf der suche ja sorry ich habe das nur umgestalten aber das noch mal weil ich nur auf drei werbungen an der sturm umgestalten und das hilft wie 70 es ist ja mir fehlen eigentlich nicht mehr ein charakter ich kann das spiel gönnen also ich habe mich im handy ganz nicht umgespielt vielleicht zehn minuten und ja keine Ahnung ich möchte mich für ein MMO das ist kein MMO das ist ein Action-Adventure ähm gotcha-game was interessanter ist zum Beispiel hier ein RPG wo sie reistbrit und ein Starwale weil den kannst du wirklich so nie wieder beispielen die kannst du eigentlich komplett auf Autoshopper spielen ich weiß ich glaube ich habe ja schon mal voll gefangen und da spielst du ja auch ähm äh GENGIN IMPACT ja ja weil Samsung auch kollabiert macht äh MiHoYo ja äh ich war mega enttäuscht weil ich äh ich hatte mal demals ganz gerne Ganyu Edition KF gehabt ok aber äh äh ich bezuele nicht den Preis ich weiß ähm Collectibles fand ich cool aber ich hatte echt erwartet dass sie das Handy so machen wie sie demals äh Collectible Edition gemacht hatte bei Oneplus ja weil Oneplus da war wirklich ein individuelles Cover haben graviert dann mit dem Schutzcover wurde das nachher mega geil ausgesehen äh und bei was machen sie bei Samsung den einfachen Handy den 0815 Handy den du so kriegst mit einem speziellen Cover wo du einfach draufklickst und da tut mich gestellt äh du sollte ich mal ne ich bin zu kein 1.800 Euro für nimm ein Cover wo ich drauf mache nicht personalisiert okay ähm 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 weil sie hatte ja auch mit ich meine war es mit Tommy Hilfinger hatte sie auch ein Collab ja Tommy Hilfinger ähm keine Ahnung keine Ahnung ähm die habe ich aber auch cool gefunden weil du war auch so dass dein Handy den Design von Tommy Hilfinger drauf hat okay ähm Eben ich werd mal der Fold von diesem Jahr nicht hören weil ich enttäuscht sind ich fand den Flip mehr innovativ wie der Fold von der Fold Du willst den Fold dann auch weiter verbessern Soundqualität vom letzten Jahr wirklich steht in den Arsch Er tut sich eigentlich nicht groß etwas gönnert äh die Kamera haben sie nämlich gelöst den Akku ist nämlich geblieben wow sie haben die Flasche von Rietz auf innen gesetzt große Erinnerung wow Bildschirm äh 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 in im und ähm ähm gonna äh ähm äh 甲 ja die äh 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 wie nennen sie das? Ich meine UFG, Ultra-Friend-Glasses oder Flex-Glass und du kannst Glas nicht flexibel machen ja und nee, weil wenn es genau Glas-Hölz-Glas aus ist Silikat Glas enthält Silikat-Elemente Glas ist ein Vielfach-Gemisch von verschiedenen Silikaten Natrium, Ca und Mg, Magnesium und was ist Ca noch nicht? Ca mit Calcium oder nicht? Merci, Calcium, ja Natrium, Calcium und Magnesium Silikat welches einen großen Erweichungsbereich aber keinen festen Schmelzpunkt hat bei seiner Abkühlung aus dem schmelzflüssigen Zustand ist es bis auf 600 Grad plastisch formbar Du weißt ja, dass Glas eigentlich kein Material ist, wo es halb fest und halb flüssig ist Das ist das einzige Element, wo eine so engere Form ist Für uns ist es fest, aber strukturell gesehen ist es nicht fest Glaskeramik, Fensterglas, Gartenbandglas, Gussglas Gussglas Du müsstet aber wissen, du, alle Fensterstiere verkaufen Ich kann da alles verkaufen Ich kann da alles verkaufen, wenn ich da schon kann Ich kann da sogar sogar die Big-die-Führung oder alles Das ist schon ein großartiger Highline Da gab nur die Micro, musste gerade nur die Länge So, Dailies haben wir durch, da ist gut Was muss für Durchsteigenschaften von einem Mikrochen? Ähm, XL Nach Also einfach, dass ich das Mikro auf Prüschbücher nutzen kann, und das kann leider nicht mit XLR-Mikro ein. Dann eben mit dem Noise-Canceling-Funktion. Das ist der beste Mikro. Du kannst es gerade testen, den hat XLR, den hat alles, was du brauchst. Das ist der perfekte Mikro. Wir kaufen nur für 6.000 Euro. Ah, du hast es schon benutzt, weil du musst es kaufen. Zack, du musst es kaufen. Ja, aber da ist schon kein XLR-Mikro. Das kannst du ja noch nicht feststellen, du bist nicht so technisch begabt. Ich finde, dein Mikro verkauft, den du gerade benutzt, fertig. Hm. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, ah ja, ich muss mein Release erlesen. Äh, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich muss mal, warte mal, warte mal, 10 Stunden, 2 Stunden, ganz schön, Impact. Schon der kreis, ah stimmt, halt so, Mann. Wenn ich da drüchst. Ich schaue in der drüchst. Musst du meine, ich hoffe. Ja, ich bin in der Konzer. Komplatte füge, komplatte füge. Ja, ich bin auf Streamgang, weil ich nicht smash. Ich bin auf den Schmaffer. Ich weiß nicht, dass ich mein Mann habe. Ich weiß nicht, dass ich den Nern noch nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mein Dunkelhaut schon in der Seine. Den haben wir so konzentriert, dann spiele ich gut, aber ich bin nicht mord. Ach, ich bin nicht mordgelegt, aber ich bin nicht so schuldig scheiss gemacht. Stimmt, ich weiß. Hat mich falsch geschickt, kennt du hier noch. Ja, du fährst das Geschirr. Nee, ich weiß nicht. Was ist das hier? Oh, Bappo. Ja? Der Kiki hat mir gerade so gesagt, ja, ich muss danach so in der schöne Mischer auch als Mordgemer, bla bla bla. Ja. Schlott, Schelfe er hat. Ja, ich weiß nicht, ob es für ein Karoffel auch keiner hören wird. Nee, was soll das denn? Das neue Karoffel von diesem Jahr, Ravensburger. Mhm. Geht momentan so krass ab, dass schon nicht mal alles verkauft ist, wo man nicht offiziell dabei ist. Okay, dann lass das heute richtig. Äh. Gute. 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 Äh. Gute. 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 so ein stund und ein feuer und dann gibt es zeit für ein sieg Allstorne ein Gsiex, dann hast du den Park verbrannt. Dann ist noch überhaupt genug Gsiex, dann ist da noch... ...dach... 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 ...acht... ...und dann ist schon noch ein Once-Once schon gut. Das geht mit dir für den ganzen Stream. ...und dann ist schon noch... ...zwei Monster... ...zwei Monster... ...nach Liter Monster... ...ja, äh... ...moll gucken... ...schül... ...schül... ...das ist ekelhaft... ...et hängt auf die Sucht... ...et gehen ganz viele Suchten... ...ääh... ...viele Suchten, wenn ich nicht gerne... ...ich trinken auch nicht mehr bestimmte Suchten... ...ääh... ...ääh... ...die ist mega nice... ...ja, ja... ...den... ...pazifik Punch... ...kann ich da nicht mehr ruten... ...die ist richtig geil... ...das geht Pazifik Punch... ...mango Loco... ...ja... ...mango Loco ist für mich geil... ...mango Loco... ...das ist die Blut aus... ...das ist schon... ...das ist schon... ...das ist schon die... ...die normal gedrungen... ...nach weißt doch... ...die... 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 ...ja... 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 ...dass du mal deine Kamera mit Fokus... ...fand ich... ...denn... ...der klappt in der Hölle... ...doch nicht... ...warte, du kriegst dich an... ...ah... ...den Kamera... ...gann jetzt zu dir... ...ah... ...fummen... ...I know... ...I know... ...I know... ...I know... ...was genau das! ...warte von einem... ...john halte Berg... ...meh... ...ixankton... ...ist es für den... ...und... ...die... ...do... 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 Ja, ich bedanke mich. Ich bin maximal zwei Zentimeter lang. Ich habe mein hoher Gel. Um Corona hatte ich mein hoher. Wieso mein Arsch? Kurze Nase putzen oder was? Ich hatte einfach keine Bucke in den Koffer zu holen. Ja, du radikal. Oh, ich habe immer ein Idiot in der Werbung. Ich habe immer ein Schwer. Was ist denn bei Beppo? Naja. Ich gucke gerade im Reich noch. Dann umgespielt. Ich habe mich gerade bei World of Forecast noch keinen Sinn. Lüftet noch. Ja. Ich bin nicht schon allein gespielt. Mon der Reich spielt auch Wolloföcke. Was ist denn angeht? Also ich gucke kein richtig los. Die neuen Gang muss mein Gebrästlein und so. Hilfst du da noch oder was? Ja. Ich habe schon so viel Kommande gekriegt. Schöne und mega abgetunt, mann. Gucke Schöne und Heischein Brötchen. Wo ich lese Wolle... Was ist denn ein Problem? Demo for the win, oder was? Das ist ein Kammerspiel. Das ist ein Kammerspiel. Entschuldigung, wie seht ihr das Algo mit 4 dem abzuwickeln? Wie das ist? Okay. Alles Farben. Zwei Küste voll. Das ist schnell. Das ist schnell. Boah, ich war ja nur irgendwo. Kommt du mal. So. Ja. Nichts. 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 Und dann? Du machst es nicht besser. Du hast noch mal 25. Weißt du, dass Hena am Funk für, ähm, was hat er gesagt? 65? Gut, dann. Der Rest ist alles richtig. Hä? Also das hat immer viel rum gesagt, halt. Ja. Ich ne Bappo, für dich ist kein Gesieferdroge. Wir waren jetzt. Du warst so, uff. Was? Wie gerne wollte, hä? Nee, wir sind gut, dass sie so lange gelingen. Ich hab schon ein Konto, jetzt sind noch mega kurz. Ich hab aber nicht gesagt. Ich kann nicht, aber nur... zehn Jahre, mindestens. Ja, hieso doch, ich ging das so lange gelingen. Entschuldigung, dass ich schaff? Ja, ja. Nee, weil mein Freund hat gesagt, ich will bei Tango gehen, weil... äh, Staat, also wie in Luxemburg ist uns immer Tango ein extra, ne? Ja. Und du hat in Bappo gesagt, man, dann geh mal wieder hin. Müsste wie so Brütt kommen. Ja, hier sollt ihn dann. Ja, weil am Moment ist hier bei der Post. Oh mein, auch so mal willkommen. Und du kannst auch den Keegan da bestimmt, ne? Wen? Jan Keegan. Jan Keegan? Jan Keegan, ich weiß nur, ob du den noch gekannt hast. Sieht mir nur ein paar Säne schnallt. Die Bappo so, das wäre richtig ein Hohlein Toast gewesen. Ja. Ja. Er war immer krank. Ich habe ein Foto von dem, vor sie gesehen. Ja, für... Die Bappo erklärt dir jetzt auch noch. Ist doch schon kein Foto von Keegan oder so. Wie Keegan? Keegan. Jan Keegan. Jan Keegan, hier steht. Jan? Keine Ahnung. Die Bappo kannte. Ein Hohleinbauch führst uns den Mann, da bist doch wie mit strömt. Ach, keine Lüksucht. Geh scheiße. Du... 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 Schirrwunzer stinkt. Oh, das ist schon ein Kiex, ne? Pritz, eben darf es. Es ist ein Schein, Digga, warte, ich pritz mich, Spritz. Pappen! Ja. Ja, oder? Ja. Es stinkt. Es stinkt wird. Oh, jetzt hat mein PC die Saukluft von der Unerspritz-Lane umhört. Ich werde zu sauberen Dinger lösen, den abzuhören, wenn du das denkst. Hm. Ja, schmütend ein geputztes Mikro. Hm. Weil das nicht rund! Ja. Ja, oder? Ja. Ja, immer mehr, die muss waren. Glockenils lamps in der Unerspritz Lindsey haben wir tonsher Zeit. Mike! Vicker von Tagzen 26 am 20, hospice? Quorte Drink Nutzer, Ja. Tögerungan Mag Godensch, Atomstilz Mal is what? Von Tögerungan Magos. Kommt da Construzulu Siksar standen input mit Taylor, wie ich engineering, Vielen Dank. 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 Ja. Ja, hin und die Keegan normalerweise auch nach Kant. Aber ich sollt ihm von Keegan, dann hier sollt ihr weiß nicht, wen das wird. Da musst du ihm nicht mehr nachkennen. Ich muss es so, weil normalerweise wird hin nach Marie, die Kant. Also Marie. Einmal gleich von dir. Sehr von dir. Aber das darfst du ihm überklären. Sag ihm, du wirst auch Marie nach Kant, oder nicht? Marie? Äh, Dizzy. Ja. Hat von ihm am Keegan zu zoomen? Am Kilian war es. Ah, nee, hat von ihm am Kilian zu zoomen, richtig. Der Keegan ist sein Bruder gewischt. Okay. Weißt du, äh... Äh... Das war der Kai. Ah, nee, das war der Kai. Wen hast du Keegan dann noch gewischt? Waaat, Lucien ist nicht so rum. Waaat, nee, da hinten war der Keegan, der da noch war der Keegan. Äh, Kai? Wie war der Keegan dann? Und die soll... Bin ja heute hinten am Hohenbach geschafft. Da musst du den Tom fahren, weil du Kollegen kannte und Keegan auch, ne? Wie du kannst den Kollegen? Äh... Du alles kannst den Kollegen. Und Tom. Ja. Mein Schwart. Mein Schwart. Wie ist es, weil ich ihm so tun? Immer war das Schmerz. Wie ist es, weil ich ihm so tun? Es hat einfach vier Römer Feuerhofen, ne? Ja. Und ich gucke mich hin und so nicht. Und das war ganz ungefähr, wenn ich mich schon nicht wirklich konnt, ne? War ganz ungefähr, wenn du gefanget. Und ich hatte Spätschirchen und Freischirchen und ich gefreut, wie aus der Mädchen. Ich fritzte mich schwarz. So, wie kann das sein, dass du als schwarze Firma heben darfst gehören? Er hat mir schon geguckt, hat gelacht, hat gesagt, ich kann dich nicht, wie du gefällst, ma? Weil ich jetzt nicht verstorbe Anfrisse. Oh, Gott sei Dank, äh, durch meinen Auflös-Gugurten-Singer habe ich konnte ihn behalten. Du hast ja nur bei der, ähm... Beim Steinhäuser. Beim Steinhäuser, ne? Ja. Weil, äh, direkt, ich kann es ja persönlich. Weil, ähm, ein freier Mathe-App... Ja, sag mal. Freier Mathe-App ist, dass, äh, von Steinhäuser, wo du immer, äh, hat alle Leute gehörte, das ist, kann ich halt persönlich, und, äh, hat, hat man mich kontaktiert, weil alle die, wo immer von Hornbach durchgegangen sind. Du wirst ja nach, du wirst ja, wenn man die Pütze nachkommt. Äh, seht mal, ob das Pütze... Der, äh, der, äh, blumpt, der komisch. Das ist wie viel komisch, Leute, du geschaffst, ey. Ja, tschüss. Quitz. Und verschafft Käse, ja. Er hat am Ufengu gefangen und erpernt, ja. Ah, ja, sie ist ganz dünn. Ja. 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 Äh, hallo, äh, äh, das war die Hühnergänge und ich gerade, äh, gefroht, ja, was erheißen von ihm, ich gesehret, ey. Ich mache da selber eine Meinung, weil, ganz ehrlich, das Mädchen ist am Mänggen an nicht viel wert. Und, äh, äh, ja, boah, das ist nicht lang geblieben. Ja. 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 Äh, äh, das wird, äh, das wird, äh, das wird sich ja die coole Markade am Hohenbach und du noch hast es gingen und hat geduldet, dass ich zurückgeleid. Okay. Äh, du hast es dann bei den Steinhäusern gingen und du hast es direkt vergessen, der tun es immer krank, es dacht nicht, es bringt nicht. Das war knapp zu wenig, du. Du warst dabei. Ja. Du hast es dann rum und, äh, beide Lakatus kommen kreischen und Lakatus wird mehr holen, nicht mehr. Ah, ne, kommentar. Es sind wirklich viele Leute immer noch nicht weg. Ja, okay, aber, äh, das war wirklich ein Sonderfall. Hat du es ja geduldet, hat er recht immer sonst frei zu kriegen, weil er keine Führerschein hat. Ja. Okay, was ist dein Mann da? Nein, der Debo. Ja. Ah. Demmal hat Silvie ihm ja, ähm, in kurzen Zeit immer sonst frei gekündigt, dass er das nicht einfach hat und wenn du ihn immer noch nicht aufschätzt willst, und du hättest dich aufgefallen. Ich muss immer sonst frei zu kriegen, weil ich ja kein Führerschein ist, Und du sollst, äh, Silvio hier ist, äh, Hallot. Andere Leute tun auch die Führerschein und gucken, wie ich so, ob der Wisch kommen, also, organisiert ist. Wir haben die Dingens, äh, mit Tromm-Dynastion, äh, Penger-Schick zuziehen. Wir sind ja doch am Hombach schlafen. Ja, Trillie. Nee, Trillie wird nicht am Hombach geschafft, ne? Ja, schon, Mikalu, der in der Schmiede, ne? Der Mikau. Der Mikau. Der Mikau. Der Mikau nach Hause holt. Ah, von dem und ich gut nicht mehr höre, den aus so rum geboosht wie immer. Einfach gut nicht mehr schaffen, komm. Schieße, Abschnitt. Den Tipp wird der 3-mal gemacht. Ja, ich verstehe, Abschnitt. Schieße, Abschnitt, wie dumm warst du dann, ehrlich? Ich kann auch nicht verstehen. Ah, noch Leute, wo gut gegangen sind. Du, der Tagessch, mehr holen die nicht mehr zurück. Das hat mir gedacht. Wissen Sie, was sagen? Aber Scheiße, wie kannst du so dumm sehen und dann einfach wissen? Nämlich kommen. Was? Ja, du nicht verstehst, ey. Ja, weil du dumm wie Scheiße hast. Ja. Ja. Ja, du nicht verstehst, ey. Ich hatte nie etwas gekänt, aber ich hatte auch nie etwas schweren. Das ist das Neutralste, was ich so hatte. Ja, das war korrekte Tippen und man nie etwas getan, aber vergiss, dass der Tipp einfach auch so arbeitsmäßig gesehen nicht so wird. Ja, ja, nein. Ich verstehe nicht. Ja. Ja. Ich bin so oft steif, ob da bist. Kannst du nicht von der Rennerin? Ja. Du hast ja immer mal, äh, mach ganz für mich eine. Warte, ich bin schwarz-karte, wenn er fragt. Ah, okay. Na dumm bora taste. Ich bin schwarz-karte Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das ist's. Das ist's. Das ist's, was ich, was ich will... Das ist's, was ich will... Das ist's. Was für einen riesigen Tag hinzu? Wie soll ich auch eine Menge im Homo sein? Wo ich alleine mal wieder schlafen? Also können wir das noch was? Nein, nein, das war es. Es ist gut. Nein. Lose? Ja, ich habe nichts mehr beim concludes. Lose? Oh, Please, du bist doch immer in Kuhl. Hm. Und dann schlecke ich die Schwingel herauf. Ähm, das ist nicht gut. Ich stehe mir immer dieses Schilds nur durch den Mund, wisst du, weil es einfach ausgerflachst. Ja, weil es so schmacht. Verdammt schon, weil es kommt dazu machen. Ja, weil es so schmacht. Ja, weil es so schmacht. Ja, weil es so schmacht, wo ich noch ein Anpfung bin, ich bin einmal interessiert. Schalimo, wisst ihr? Also es ist Plastik Schalimo. Und ich hatte für drunter eine Radbulls, lohne ich dann eine Fanta. Also ich mach alles nur Radbull Fanta. Krieg die Gude. Schon gemixt, ohne zu wollen. Bist du in der World of Warcraft? Was ist da? Nein, das ist kein MMO. Okay. Das ist ein Action-Adventure-Gadja. Von so einem Abenteuerspiel, wo du so spielst. Ein Gadja-Evaluation ist, dass du die Ausrüstung von diesen Charakteren poolen musst. Also man schon es zählen muss. Kannst du dann noch so traden, also Sachen für den Dengamie stark zu machen? Traden nicht, aber du kannst mit anderen Spielern spielen, äh, Matchspieler spielen. Und an die hier Welt gehen. Und das heißt zum Beispiel, du brauchst für bestimmte Charakteren, äh, für den zu leveln, äh, Items. Du brauchst einfach limitiert am Tag, wie viele Items du an dieser Welt sammeln kannst. Und so kannst du an eine andere Welt gehen. Von denen, die noch nicht gesammelt wird, oder sie nicht braucht. Da kannst du bei einem Kollegen gehen und dann zu bei ihm sein nachsammeln. Jetzt hier ist das kein direktes Schauling, aber du kannst, ähm... Das ist die Animal Crossing. Voilà, du kannst aber, äh, dein Luz sicher gehen bei einem anderen Spielern. Ja. Aber Animal Crossing hast du schon bei einem anderen Appelbeam holt und du hast Kistebeam. dann, äh, dann switchst du so. Ja. So ähnlich, also, äh, zum Beispiel, so, äh, du hast zum Beispiel so, äh, du hast zum Beispiel so, so, äh, du hast zum Beispiel so, so, move-käferen, du hast 100 genannt am Spiel, pro Tag 63 Stück. Du brauchst einfach für einen Charakter vollwertig abzuleveln über 170. Auf Platz, dass du dann 3D schwarz, oder 4D schwarz, dann, äh, kannst du über 3 andere Kollegen, wenn sie nicht gesammelt wird. An dem Sinn gewählt, wo du die, äh, siehst sich sammeln, äh, und dann bei einem anderen gehörst du auch noch, äh, siehst sich sammeln. Okay. Dann willst du, ähm, Instanzen, da sind sie auf Weltenbossen, äh, die kannst du dann als Fairergruppe auch mal einer Spieler machen. Da, dass bist du die World of Warcraft dann? Nicht wirklich, weil bei World of Warcraft, äh, sind Instanzen oder Waits, und da ist noch etwas anders, das wäre dann, also, wie du weißt, ein Feeling wäre eher so mit dem Spiel, äh, Blue Protocol, wo ich, äh, gespielt habe am Anfang, ähm, 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 äh, Tower of Fantasy passierte, bisschen so. Okay. Okay. Ich wauch richtig schlimm an der Suchte. couldn't det er! Offiziell raus, das werde ich ausweigen Sucht rumfallen, weil der Spiel ist richtig geil. Fungl spielen mega gerne alles was auch Anime-Spieler sind. Naja, das kann ich halt auch machen. Du Protokoll schon, das kann du nicht nur noch. Also die richtige Konkurrenz zur WoW wäre Final Fantasy. Final Fantasy 14. Das ist die richtige Name. Ja, das ist die Möglichkeit. Ja, das ist die Möglichkeit. Ich will, dass die WoW sind von der Alternativen. Die WoW sind natürlich von der Magikation. Ich glaube, dass ich die WoW sind. Ich glaube, dass die WoW sind. Ich glaube, dass die WoW sind. Ich glaube, dass die WoW sind. Das war auch so gut. Dann hast du nach Sword of Legends. Das war nur von einem chinesischen Hersteller. Das finde ich auch noch nicht so schlecht. Das habe ich nicht so gut gefallen. 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 Also ich fange bei der Vorkraft nicht ohne. Ich komme da nicht raus. Ich muss mich nicht raus sehen. Ich warte noch nicht. Für mich wäre der Riva, wo ich ein Einfisch gepackt hatte. Bleue Protodach. Ich habe schon angefangen von heute Morgen. Ich habe schon angefangen, wie mein Bub gestorben ist. Wirst du einfach nicht mehr aufzuschalten. Ja. Ich wünsche ihn schon mal. Alles. Zu mir nicht. Ich weiß nicht. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Aber die Vorkraft, ich habe noch ein bisschen vor kurz. Ich habe schon nie mehr gefunden. Weil ich einfach Angst hatte, dass ich rumgefahren bin. Ich finde es nur ein paar mal. Ich bin ganz schnell aufs Rollen. Gilt, du getestet mit mir. Ich hab mir nicht die Cheaterin-Roperiert. Ich hab mir 2 Wochen gehalten, aber nur die Cheaterin-Roperiert. Ich hab mir 2 Wochen gehalten, aber nur die Cheaterin-Roperiert. Wenn du in die Kavien hast, irgendwann ein Gildrakon mit dummisch, das besonders Grey tun, also inzwischen daran schluss. Ich hab alle alle Gildrakon mit dummisch, das ist so wunderbar. Ich hab nix genug gerabt. Die Gummibären Gang! Ja. Ich hab hier genug gerabt. Ich habe schon Klassik gespielt, also ich hatte... Okay, Klassik ist cool. Das hat alle Gefühle. Ja, du mal nur noch Lischkinge gefangen gehad und war mir relativ nahig. Stimmt das hier, nein. Ja. Ob ich in Duremu gefangen habe mit dem Spiel und du warst direkt so, Peter, ich werde da kein Olaf machen. Let's go for the win. Na, guck, das ist der Einzige. So, Kim, wenn du uns einfach guckst, dann weißt du, wie viel ich euch in dem Spiel gespielt habe. Hey, Bap, Bap, Bap. Wenn du einfach guckst, du mein Achievements hält und wirst du, wie viel ich das Spiel gesucht habe. Nee, Bap, bitte, wie viel du liebst, wenn du es. Nee, das ist schwer. So kommunikation hat so verschiedene Leute und so verschiedene Nachrichten. Das ist auch mal da, nicht? Gummibärnbande, du hast Gummibärnge. Du hast echt Jürgen. Ja, ich bin ja schon mal da. Ja, ich bin ja auch noch dran. Auf ihr Haut aus Ziel, der Pur von denen Achievements nach fertig zu machen. Wow, verschiedene Achievements sind mega einfach. Das wäre jetzt auch so, um mal ein Schnittmutter zu machen. Oh, Kimi. Nee. Ich habe mir schon vier Gestorbe bis drei Uhr gemacht. Ich habe schon gestorbe bis vier Uhr auch gemacht. Aber kannst du auch bis fünf mal. Wie sieht mein Trainer immer? Du musst über den Grenzen gehen für neue Level zu erreichen. Wie geht die Grenze bei mir? Insomnia, das ist nämlich so. Du passt an einer neuer Dimension. Das ist kein Tonner, du kannst so lang wagen. Das war wirklich geil, Beppo, wie ich da gesagt habe. Ich bin ja ein Badgeil. Ich durche so, bitte, ich telefoniere mal zehn Minuten, weil ich eine Besuche gefützt werde. Ich bin ja nicht gestorben. Ich bin ja nicht gestorben. Ich bin ja nicht gestorben. Ich bin ja nur vier Stunden oder so. Ich bin ja nur ein Geschenk- Das ist schon eine ganze Brust lege mal an der Zeit. Das ist so schön. Du bist gelieb. Ja, das ist einfach so, ich finde, dass er eine alte Bar kann, dann schlug die Uhr, wenn ich mich. Das wie Leschka, ich war Max, äh, wir wollten einfach nur ein kleines Molto-Kal und Hannover hat von der Wormwes. Ich meine, die Dühle, die Dühle könnte mir ja nichts sagen. Ah, lassen sich Mumu raushängen. Ich fand nicht egal was, dass sie in den Server gekettet hat. Ah, ja. Kaja, wenn ich nicht sehen, ist schon ihm süß genug gesagt, Babu, ich habe nicht mehr gemacht, okay? Das ist einfach durchgegangen. Doch, ob so hin, dass sie einfach durchgegangen oder was? Ja, die Dühle ist einfach hin, aus dem Rock, um nur drei feier Wochen, und Babu hat nicht von Apex gespielt. Und der Dühle soll dir spielen, okay. Für das steht mir schon mal aufgeregt, die scheiß Apex 4, Apex 3, Apex 4 scheiß, voilà. Du hättest in einer Menge im Stream über Fortnite geschreit, du hättest, dass jeder in den Fortnite spielt, das behindert, Fortnite aus scheiß, bla bla bla. Du hättest mir über Call of Duty geschreit, du hättest, dass Call of Duty aus scheiß, behindert, bla bla bla. Du hättest mir über die Meinung nach, was du behörst, bla bla bla. Du hättest mir über die Meinung nach, was du behörst, bla bla bla. Du hättest mir keinen interessiert, die Meinung nach. Und du hättest zu kurz gehen, und du hättest darum angefangen, so zu reden, und du hättest dir die Lehren, und ich hättest, wenn du so weiter musst, du bist wie mein Pap, wenn du in der Klinik leist, kann kein Schwein beidest, wie du dich behörst. Und zweitens, du hättest immer das Spiel aus scheiß, und dann dreht dich nur, spielst du mich wie wir alle gut zusammen. Du hättest mir deine Doppelmoralkonsten erhalten. Und du hättest mir gesagt. Du hättest mir gesagt. Ja. Du hättest mir eine Masselle nicht mitgekriegt, ne? Ja. Und du hättest mir die Dinge rausgegangen. Tja. Du hättest mir einfach den Discord benutzt wie Skype, so wie du hättest. Du hättest mir einfach den anderen leidigrufen. Ja. Du hättest mir. Ja. Ja. Es ist so schön, wenn ich die Dillen bin. Sie sind super jung, gell? Ja. 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 Ein indischer Kerl. Ja. 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 Ganz viel Meinung für bei einer Scharnung. Genau, ganz viel Meinung. Aber das beschreibt ihr relativ gut. Ja, das ist richtig gut. Ah, das ist richtig gut. Schön nach VIP, ein Moderator nach. Ich möchte meinen Dingen nicht fast genug gezogen haben. Ja. Jetzt ist es noch nicht so. Das ist meine Hand. Was? Was ist denn du überhaupt mit dir? Ja, passt. Ah, so. Das stimmt. Ich brauche in das Spiel, was mir schreitzt. Vielen. Wolltest du nicht... One month kaufen, das Spiel ist richtig cool. Nee, free to play spielen würde ich. Was willst du? Wieso, wie ich das spiel? One month, three. Nicht run month. Nicht run month. Da ist der Kaffee in die Pannung. Ja. Wollt ihr Spielen würde mich katschen? Wenn ich frag, dann katschen mich viel klein. Die Filme ist geil. Schon nie geguckt, der Film. Die Film war mega geil, Mama Leonardo DiCaprio. Ja, ich weiß, und was geht. Ja, das ist eine reelle Geschichte. Ja, mit dem Film wird mich nicht gekatscht, Kammer. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Es ist gar nicht so. Ist das eine Reelle Geschichte? Ha, 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 ha. Wenn du beschlossst. What the fuck? Fremdienung muss weg. Fremdienung muss weg. Wie ist das weg? Fremdienung von meiner schlankheit. Du luchten mal, aber wenn Fremdienung du hast, du luchten noch nicht. Ja. Mein Böf hat 100% geklaut. Schau auf dein Böf. 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 Das ist bestimmt die Idee, der Fiedrone Flasch da sogar gediebfet. Ja. Der ist hier, man. Der hat noch nicht den Salz geext. Du bist der Fremdiener. Du bist der Fremdiener. Ich will keinen. Du bist der Fremdiener? Nein. Nein, nein. Ich hoffe auch, dass ich nicht fasske, wenn man von der Geschichte geschildert hat. Nein, da kannst du noch immer eine Lesung finden. Es gibt ja etwas, das nennt sich in ihm. Es gibt ja auch so, dass du ein Pölle an den Mund und einen Nieschen und dann hast du keinen Furt. Oder ein Schlo an den Bauch. Nein. Das ist ein Extrembefall. Schau mal, hier sind nur zwei Kanäle. Nur eine Miserie. Nein, du musst dich leider Gottes Erwuchs sein. Ich weiß nicht, ob ich mich für den Kanälen holen oder für ihn. Nein. Also, ich kann sein Jung. Weil, wie gesagt, ich muss den Jung-Animal-Crossing spielen, heißt doch. Nein, das ist so... Also, das ist richtig gute Beruf, geil. Das ist richtig süß. Mal auch schon einen kleinen Conner, ja. Das steht Pionka. Das steht Pionka. Oh, die Schwanz so scheiße. Das ist noch Pionka. Das ist schon ein Mikatinho. Das wird sie am liebsten, wenn sie nicht laufen kann. Mikatinho kann nicht laufen. Das ist nicht so. Ich habe nicht gesagt, das ist nicht so. Das war das Wischwege. Ich habe den Kuljunker gesagt, ob sie sind sie den Bann. Das ist nicht gut, als Familie Pappt. Ich habe den Kuljunker gesagt, ob sie sind sie den Bann. Das ist so falsch. So, ob sie sind sie irgendwo. Ja. So, wie kann denn jetzt Trauma raus sein? Da war mein Bob hier genau zu richtiger Zeit und mir drinnen. Schon nicht mehr. Wie fällst du denn darüber? Wie fixiert die Stimmung am Stream? Wie geht es aber, wo du gegrascht hast? Ja! Alle, die Traume haben. Ich meine, im Deeper Stream, wo du so Leute froh, natürlich. Wenn das Geschichte ist, kann ich nicht einfach. Nichts! Aber die Spiele am Stream! Ich bin Diablo! Oh schon, ich riecht noch! Ich spiele Wolfenstein. Was los Arcaus? Ja, das ist die Table, also die Top View. Los Arcaus! Diablo, nimm den von einem anderen hier statt. Mir ist das cool, definitiv gut in der nächsten Saison. Mir ist das nicht ohne. Weil das Problem ist, bei Los Arcaus ist es so, du willst keine neue Abilität, dann musst du den schwersten Dungeon machen. Den Dungeon muss man einen Elven, an einem Zeitlimit. Das ist schon viel zu komplizieren. Ah, gilt was 2, ich gebe mir schon noch. Hat wird gezeit für FIFA. Äh, nee. Nee, definitiv geht FIFA. Von der neuen FIFA könnte er gehen nicht zurück auf FIFA. Ja, vergiss es. Ja, mir ist, weil du voll dran eingzeitlern. Vergiss es. Kann ich nicht mehr. Den, der mir geschafft hat, die ganze Zeit den aus Fußballspielern zu machen. Ich will jetzt auch einen Gremiux-Gremiux für Fußballspiel spät. Ich will Gremiux und den mal nicht mehr für Fußballspielspiel. Ich will Gremiux, sie peifen. Ich will hier mit euch. Ach, ich will hier mit euch. Ach, ich will bei euch nicht spielen. Ich will euch nennen. Ich werde meinen Clan-Macken mit euch. Wenn wir verstehen, müssen wir gehen. potter zwege für man sie hatten kürtig spiel demotipästischen zwei gesucht ja wort hat leute nicht das höchste wo sie sich erhofft ich habe aber gefeuert damals wo ich ein buch gelesen habe das letzte brichter der final vom kreditsch weltmeisterschaft wäre bis zum ersten herzen kommt kamio sind kohs teil so lange man nicht in dem und Es ist immer jemand, wenn ich eine Straße bin und ich steuere kann nicht sagen. Der Nugodur, die können dann einfach mal Phoebe zu sagen. Weil Phoebe ist so fein, dass er nicht die Ruhe hat. Und er hat die ganze Zeit den Nugodur. Das ist so dumm. Den checkt nicht. Naja, ich bin echt froh, wer spielt zu Minecraft. Ja. Da sind Prioritäten fast gelöst. Also ich kann nicht mal für die Feynmacht im Team zusammensehen. Ja. Und Nasa ist Lütze. Ja. Naja. Ich werde Phoebe, der von mir noch nicht rutscht, dann hat er es noch nicht voll gelöst. Naja. 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 Nein. Oh. Zeigst du das nicht, dass wüsste so lange Beziehungen. Siehst du gerade. Ich will den Mund... Ein bisschen ausgelacht. Nee. Ich habe ihn nicht. Das ist mir relativ scheißegal, Mann. Das sehen wir nicht. Nee, äh... Oh, den Mund, ja. Ja, ne. Du brauchst den Direktor. So, nicht ja, nicht nee. Percy Jackson, ne? Probier ich den Pferd. Soll ich das so ein? Hm. Ja, ja. Warte, ich kann jetzt... Oh, nicht scheiß. Ich mach mein Handy, es ist mir dunkel. Okay, ich weiß nicht. Ihr werdet lachen. Mio und mein Barschkönnen ist schon ein Deal für das Stoff in meinem Handy. Pfff. Hi, hi. So. Urwisch stehen sie für uns zwei. Ja. Ich weiß nicht. Hei steht für ihm, aber hei steht Mengna. Weil sie ist nur auf der Frisei. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es sind nicht alles Dürf. Oh, ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ich komm dann zurück. Also, am Anfang steht der Sebastian Stan. Sebastian Stan aus den Winter Soldier bei Marvel. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht nur. Ja, aber ich hab gesehen, den anderen Arm. Warte, was kann denn alles mit dem Arm machen? Ich weiß nicht. Tom Hiddleston aus den Loki bei Marvel. Chris Evans aus den Captain America. Johnny Dapp. David Harbour aus den Hopper by Stranger Things. Iron Man. Lucifer. Das ist nicht einfach so. Jake Gyllenhaal. Tom Holland. John Krasinski. Tom Hardy. Tom Hardy. Den 5K3. Der spielt Alfie Solomans. Bei Peaky Blinders. Ja. Den, den ging ich auch. Tommy Shelby. Also, dann Kilian Murphy. Ja, den ging ich auch. Ja, weil ich mich an. Ich weiß nicht. Ich stehe bei mir zum Beispiel so Leute wie den Tommy Lee. Den, ähm. Johnny Knoxwell. Und Jeffrey Dean Morgan. Von, äh. Walking Dead. Mark Wahlberg. Ja. Oh, er war reif. Hatte lange. Nee, mit dem Mund steht auch drauf. Oh, nicht scheiße. Ah, guck da hin, auch geil. So, man, nicht dass du das Gesicht nicht heute verhältst. Ja, nee. Nee. Guck da sein Gesicht. Also, komm mal ehrlich. Kim. Nee. Zirpsehör. Sonst hätte ich auch dafür. Ah, ah, ah. Wie heißt denn, den, äh, wie heißt denn, den Murphy? Ah, den Kilian Murphy. Ja, die steht zum Beispiel bei meiner Beste Freundin auf der Lüste, weil mir lohnt es nicht. Verschließt nicht, ihr seid für mich schon als viel Krebskranker. Ich bin jetzt bestimmt nicht aufgera- 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 Nein, 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 der steht auch auf keiner Lüste von Eisdruck. Soll ich? Hm, der war ja immer noch, als der das Mainstream. Egal was. Ah, den Dwayne Johnson ohne zu viele Muskeln. Ähm, Theorite sind immer gut. Neh, ich den Mann an. Sehen wir mal. Vielleicht, vielleicht sind auch Schocker. Der Saga von, ähm, Schmank, die steht über, weil die Schmank, die Schmank, die Schmank, die Schmank, die Schmank. Aber die Junkwärtsin oder dir? Äh, ja, der Saga von Schmank. Ich muss gerade schlafen über mich. Aber Jonas war das auch nett. Aber, ne, Gwyneth weniger. Hallo, ich schlafe und hab so leid wie die Munde. Und da könntest du mit Jonas Gwyneth. Ich habe einen Satz im Klang. Ich habe einen Satz im Klang. Ich habe eine Valle. Ich habe einen Satz. Hier ist ein Satz. Oh, Gott. Ich habe einen Satz. Du bist niemals oder so. Wie ist das? Ah, ja... ...nann dem... ...nagai neungetu... Das ist schon eine mega-flip zum Beispiel mit dem P.D. Witz, ne? Versteht auch okay, weil die Geseidora ist wie... ...wie Krebs-Potienten, wenn er ja sagen, holen aus. Hier an der Weave? Hm, da schmeckt es nicht so jung, doch hier. Nee, er ist nicht so richtig in Daddy. Na, meh. Ich weiß es nicht. Äh, den Training Tante meinst du? Nee. Den hier drunter, den Joey... Ja, den... Komm mir mal, pass auf Smash. Nee, sind sie... sind sie jung für den du? Ja. Leonardo DiCaprio. Komm schon, lass den Tipp mal nicht. Ja, aber ich gucke wie die Titanic rauskomme, was für alle warst du, wenn ich aus dir rauskomme. Ähm... Wie ist die Titanic? 2019, bitte. Wie viel? 1997. Ja, dafür hattest du zwei Jahre, Mann. Hier hat der Urschingmängelst du. Maja... Ja, aber ich habe nicht eine Freundin in meinem Alter. Nee, er hat da... 23. 23. Okay. Und du hast 72. Ich gucke. Das ist noch ein knackiges Mann, ne? Ah, meh... Nee, nur da... Du merkst dein Alter aber mittlerweile. Ja. Ähm... Ähm... Äh, nur an der Blumen steht doch noch auf Mängerlöscht, zum Beispiel. Die von so... Den hast du mir ja... Ah, meh, nur an der Blumen hast du gut gehalten, ne? Ja. Zumal, es hat ihr nur an Katy Perry, der unten dannst. Ich gucke doch nun. Nee, das ist mir jungen, das ist mir jungen. Das ist mir jungen. Das ist mir jungen. Ja. Das ist mir jungen. Ich habe mich schon viel. Nee, die Mafia märkene hier nicht, honnäht. Ja. Obwohl, die sind die Materialien hier, aber... Ja. Sie sind Mark Wahlberg, und wenn ich mich misdächtere in zwischen dem Team, an Mark Wahlberg köln ich die Wahlberg. Nö, nicht der Förster, ne? Nee, die brauch ich nicht. Ich kann beim Lena Maierlandrug bleiben. Ich denke, sie sei dick alles. ups er noch nicht jung ist. Ja. Nää. Man. Lena hat nur noch in Ozydant, wo sich Karimo im Regen mega viel gebrochen hat. Jetzt hast du einen Pär gefolgt. Ja, nicht schüttere ich keine P3. Das hat anscheinend nicht. Nee, ohne. Nee, da kannst du auch den Meckl maulen. Höhle denn die Tabule. Nee, du cool Sarvage, nee. Das will Bushido. Richtig ekelhaften Typ, mein. Da komm mal Bushido. Ja, direkt. Nee, hat das Lever dazu. Und Snoop. Der Snoop war's cool. Nee, ohne den Aquafresh, nee. Ja, Bushido ist wie Dylan von der Fähre. Aquafresh findest du. Mit der Karte, die echt. Ja, ja, vor allem. Oder willst du vielleicht Lever von der Fähre? Das stimmt, Mann. Sag, seid aus. Was? Sag eh nöt und die Lern. Den Aquafresh. Ähm. Sag eh nöt. 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 Agro Berlin. Ja. Wann dann hörst du der wahre eine, und dann hörst du die Sido. B Satz? Fat Fail. Ähm. Wie K Was? Ich will keinen... Da wollen elauchten, das erst mal kurz vor. Aha! Aha! Ich will keinen Block. Ja, ja. Nää... Das ist Sammy Deluxe! Da kann ich auch den Toxsi René holen. Guck die Schmocken aus. Oh Gott, nein. Der Snoop Dogg ist auch einer, den ich nie holen kann. Wieso? Weil er schwarz hat. Nein, mir entschuldet mich. Nein, jetzt meinst du, guck die 50 Cent ging es holen. Ich weiß es nicht. 50 Cent aus mir Bösch. Was hat der für Pimp My Ride? Ja. Ja, mit dem, den hast du brät oder so. Du brät das mal nicht, Herr. Der war, der war, der mal brät bei Pimp My Ride. Ich weiß es nicht, den Ice Cube. Was kommt denn? Was kommst du hin? Na, Liede, na, ja, der kann schon. Nee, nee. Wie sind wir, wenn wir in die Dotebranche kommen? Nee. Hier fand ich mega cool mich. Nee. Du bist ein Ice Cube. Das Cube war's cool. Nee. Also der Will Smith, also ein schöner Mann. Ist schon hier noch mega geil bei Prinz von Balea. Der war mega, also mega schön. Mir sei Charakter mischt den einfach extrem hässlich. Das ist ein enges Dwang und Schnitz geschlug, heute wisst du. Nee. Ja, boah. Es ist so ein nimmer, weil ich fremd sie nur nicht zu trainieren, um die Dotebranche zu packen. Ja, mein hat seine Frau gepackt, ne? Voilà. Das ist mir leid. Ich meine, das ist... Ich möchte das mit Ehrenmann, weil das so und... Das muss ich nicht tolerieren. Ja, mein hat nicht dürfen als Walz da einen Städtchen, ne? Weil hier immer mehr am Umrecht haben, du den auch. Möchte nehmen einen Genisch, hat ihm noch 22 gehen. Oh, ich kriege einen Baff, ich kriege mal nicht einen Fausch. Ich kriege einen Baff. Ich kriege aber einen richtig Baff. Ich hab noch froh sehen, wie ist der, äh, nicht mehr einen Baff zu kriegen. Nee, den du auch nicht. Ich weiß nicht, der 6-9. Nee. Der war der Kuppe unten. Geh gucken, der Sebastian Stan. Sebastian Stan. Der ist schon gar nicht dabei. Der Patrick Damsey, den steht auch auf der Lüschung, der beste Freundin. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Oh, der Doktor. Ja, der mag Dreamy. Der Patrick Damsey, den ja. Ah, den, ähm. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Das ist so großartig. Du hast ihn her intrigued. Ach du, der ist acostelcient! Der mag sag Elem. Der mag Steamy. Johnny Dapp steht auch undergo. Medenmeier, wenn man so will, gullst. Ach du das Sebastian Stan nicht dabei. ein james frank oder so und jacqueline die steht wirklich schnitt dabei ashton kutcher ja ja jason stadtam ja ned wo's will ist nicht mehr da gibt man die gläte stelle so krank aus Schau, Sebastian Stan. Geh ihn an. Da verstehst du, das ist der schönste Mann auf der Welt. Weil er nur... Genau, genau. So, guck dir den unten. Ah, der ist so rumän. Flüchtling. Oh mein Gott, also mit dem ging ich direkt BB machen. Das ist das, weil kein... Mit dem ja. Der Mann, du musst, der muss weitergemacht gehen. Nee, ich mag kein Mann, Papo. Was? Nur ein paar Duschlungen bist du. Egal, was? Am Stream, bist du? Du gehst gucken auf Google. Das ist nicht auf Google. Schwierig. Der Papo ist ja mega viel auf Google. Ja. Ich kann den. Ich kann den. Sieh nicht auch so viel auf Google. Schau nicht. Was? 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 Oh! Oh! Nee, Gott sei dank. Oh! No! Jetzt dann direkt niemals so eine Sache, so matt. Schwier. Was? Gross. Gross. Und das sind die Leute! Mhm. Gross, gross. Ja, das ist echt echt, echt. Einmal ein Cover. Ich hätte mal Salma gemacht. Wow. Halmejadisch, komm ich. Jetzt klingt das Salma wirklich. Oh, das war die Worte. Was ist eben, woher ich ein Rupdoros darauf achte? Auch wenn es ein Rupdoros gibt. Wenn das auch so sein Mädchen. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin auf die Show. Ich werde zu zocken. Ich werde zu zocken. Bist du so oft noch? Wen? Du. Ah, Koch. Kim Koch. Aufgekocht. Weißt du schon aufgepasst? Ja, da sitzt man mit einem Ziegs. Oh, der ist ja auch. Ich habe schon mal aufgepasst. Ich bin nicht auf google irgendwie. Ich bin nicht. Da sitzen wir dann mit einer Ziegs. Ich bin dick lang gebraucht, ich meine Mama auch mal zu tun, dass ich nicht gefilmt habe. Die Foto hast du so schlecht gemacht. Mir war einfach zu geil für sie zu posten. Apo, du hast gesagt, ich nicht mal den Ziegs. Du hast gesagt, den ganz kleinen Korn anzubringen. Ob an wie. Ja. Dann war das dann auch mal schlimm. Das ist okay. Mangs, ich habe zwei Ziegs in der Grappe direkt gekriegt. Ich weiß nicht, du musst nicht performen. Nein. Hi. Du. Der Mika hat gerade an dem Moment zwei Ziegs in der Grappe direkt gekriegt. Und er hat erst gesehen, wie wir nichts zu holen haben. Was? Und mein Handy ist schief. Ich sehe. Wir müssen die Hand in die Kamera. Ja, sie wollen nicht. Komm an. Warte, du sind zwei Ziegs. Und er hat gesagt, wir nehmen jetzt in der Grappe. Oh, mein Mann ist so. Hast du gefilmt? Nee, ich bin schon. Ich bin schon auf der Bühne. Schon auf der Bühne. Schon gefilmt. Nee, aber... Du bist ein Mamu-Balloon. Ich bin ein... Ich bin ein... Ich bin ein... Mein Mama ist ein Helikopter, Mom. Lef mal, du leierst das. Das kannst du in der Bühne. Das kannst du in der Bühne. Was? Mein Mann war auch immer so dick. Du hast ein bisschen... Ich würde mich mega... Mega... Rebellier tun. Und du hast mein Mann den Schritt zurückgebracht. Du hast mich mega gut gemacht. Aber... Mein Mann kann dann noch mal Klammern. Und du wirst gerne zum Beispiel... Wenn ich bis zum Beispiel... Wenn ich bis zum Stuttgart fahre, bei meinem besten Kollegen... Ja. Wenn ich bis zum Stuttgart fahre, bei meinem besten Kollegen... Du wirst dann dann schlafen. Und so meine Mama hat das gar nicht verloren. Meine Mama hat mir verbunden, ab Stuttgart zu fahren, weil sie sieht jetzt, wer zu gefährlich. Wieso? Du hast keine Autos, sagst du die Antwort. Gut, das kannst du auch erklären, was ob da was steht. Genau. Weil, mein weißt, dein Kollege sieht auch nicht. Also, ich vertraue in dem. Natürlich. Wie gehen wir jetzt durch? Ich weiß nicht. Kani von Big Bang Fury. Ja oder nein? Nein. Ich spiele Pass auf Smash, okay? Hast du Pass? Kim, was siehst du? Kim sieht gut aus Spächt. Kim sieht Pass? Nein, ich sieht Smash. Aber was siehst du, Papu? Pass. Pass, okay. Ich habe Kim sein Gesicht gesehen. Ich bin erstmal durchgegangen. In der von der Celina steht auch noch da. Also, den Do, den Do. Also, smashe ich 3000. Den Do kann mich smaschen in Richtung wo du willst. What? Ich mache mal einen Kader. Könnte ich nichts tun. Pass. Der Leonard Hofstadter, Papu. Pass oder Smash? Pass. 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 Bernadette? Ja, Smash. Kim auch. Pass. 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 Nivalid. Das war die Frage. Ja. Los geht immer. Ja, definitiv, definitiv. Johnny von Lohan. Ja. Nee. Come on. Nee, mein Freund durchdurchschen. Mein Freund durchdurchschen. Am liebsten von den X-Männern. Hahaha. Nee. Der Peter, hella, 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 hella. Glipp, aber wenn du bei Five Nights at Freddy's dann... Ich lass den ideale Schauspieler für die Rolle, weil nämlich auch vom Spiel hier gleich stehen. Ja, wenn sie bei dir stehen, dann du nur smashst. Ich kippe mich nicht. Ähm... Ich stelle nicht so, nicht so hart. Ähm... Wie das hat, ne? Boah... Freya oder Loh? Ja, hat das wirklich schön, ne? Das ist wirklich richtig schön. Ja, hat das richtig schön ge... Ja, hat das richtig schön ge... Ja, ja, aufgelaufen. Oh, sie wäre wirklich schön, ne? Ja, na ja, aufgelaufen. Genutzt. Aber das ist eben bloß konkret. Das vielleicht kann er dafür kriegen. Mein Tj hat ja wirklich... Oh man, äh, ganz ehrlich, Junge, na ja, hat das bescheuert. Oh. Hier estávig sind die Augen zufert. Und dann sehe ich dich, wo du sehr gesund bist. Oh, mein Gott, ja. Oh der true is unknown. Oh L believe. Tuена esta ma shall. Also das war so período. Ey... Oh, da ist mal Confidat ja noch gut. Was ist das? Was ist das? Ja. Aufgelaufen. Ja. Ja. Gut, Milf. Nein. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Das ist ein bisschen. Nein. Nein. Also, nur Homo, die würde ich männlich gut finden, als der Tor. Nein. Nein. Ich habe eine Merke. Die Gedulde. Ich habe eine Schwule. Vanessa Hodgins. Nein, ich bin nicht so in Latina. Ich lefere das Blond. Ashley Thie Stain. Ja, ja, ja. Das ist ein bisschen. Ja, 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 ja. Ein bisschen schwul. Wen? Der Bruder vom Ashley. Ja, 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 ja. Den hätte ich nur geoutet. Der wird mega schwul schon in der Sendung. Ja, ja, ja. Das ist nur richtig schwul. Das ist nur ein bisschen. Die Bop. Die Bop von äääh. Der Bolton. Räal. No. Stopp. Längs. Nee. Wuh! Ja. Es war immer so, Mensch, ich höre schon damals, ob äääh. Die alte Sackgesteine. Ah, bosse. Ich meine Kinder nicht von der Klaus. ist jetzt nicht passiert. American Pie. Ja. Die Stifler. Stifler's mom. Wie die Stifler hat es unseres? Du kannst sowas, du willst, dass er gesieht. Die Stifler. Ja, definitiv. Ginger Girls gehen bei mir immer. Nee, er hat mir zu viel. Nee, nee, nee. Plastisch. Nee, auch nein. Ich kenne dir auch nicht zu und es ist schon ein Fett und Leister. Nee. Das war immer der Ding ist, wie ich zähle noch den Terminator. Ja. Schöner American Pie. Ich habe ihn eh gesehen. Das ist einfach cool. Das ist wirklich geil. Ja. Chris Evans, ja. Ich glaube, dass er gesieht. Kein Problem. Oh nee. 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 Das ist ja für die Babo, weil Gingers. Hm. Ich denke, sieht vormaß nicht gerade so. Ähm. Weil den Ginger Runner sind ganz gefährlich. Weil du bist nicht mehr bei denen richtig scheiß oder richtig geil. Bis nächst dazwischen. Dann er kann trick. Ja. Pitch perfekt. Ja. Mh. Ja. 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 Ja, JC Williams, nee, JC Williams, ja, mhm, mhm, mhm. Beste der Segel sieht Geholke auf für Detroit, Become Human. Ja. Wie du bist, du praktisch alle Smash. Du ging auch trotzdem Smaschen. Olivia Wilde, definitiv gewischt, direkt Wille. Nee. Hatsch Wille kein Schwarzer. Nee, ich geh da recht, Kim, ich hatte auch ein mega Problem, ich steh nicht auf Schwarze. Für den Morgen, ja, für den Morgen, die steht auf einer Deerflucht. Nee, rüber. Jetzt. Jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Nacht, 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 du musst noch weiter. Nacht, 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 nacht. Stopp! Ah, hier war ein Ding von Walking Dead. Ja, von Walking Dead. Ja, hier bin ich doch mal gespielt bei Grey's Nation. Ja, hier hat gesagt, gut aus. Ja, hier hat gesagt, richtig gut aus. Ja, hier hat gesagt, richtig gut aus. So, weißt du, wen hier mich erinnert, Kim? Wen? Ne, der männliche Kim. Und den Portugies, der am PSC geschafft hat, den... Nicht den... Ich habe den... Gies. Ja, wieso hier nicht mich kannte, den schwule Gies. Ah, nee. Der George, der George. Ja, der George. Was ist denn Adress? In der Schule, so ist Levert, ne? Ja, in der Schule. Ja, ähm... Hat er so ein Pumiger Schinken, oder so? Hat er so schön. Ist schön. Mega fett, und, ähm... Okay, also, the Kim cook ways anatomy. Das ginge, dass du nicht wüsst, ey. Doch der Haus hat auch viel. Hey, cook ways anatomy, das hatten die Numdolle nicht gewusst. Wurde Jungfer, ja. Okay, ja, ich verstehe. Das Algen. Ja, äh. Sie haben uns nicht allgegenzeitiges Gebietscht. Was ist denn das? Das ist so ähnlich wie geht es in der letzten Zeit, in der durchschnittlichen Gebietscht. Du musst gucken, aber mein Päsenat und mir runterwählenst du. Ich bin mit der Feier der Stoffel. Du glaubst es gut. Kim, wie weit hast du geguckt, Grey's Anatomy? Meine Frau sucht die doch noch. Ah, okay. Hast du nie über Zinkstoffe geguckt? Hey, da kümmer sind wir so, ah, ich will das nicht gucken, also nur schnappisch dann hier. Also ich weiß nicht, wie du dich krassst bei Grey's Anatomy, gell? Hähnölzer für ein bisschen. Ich weiß nicht, wie du kreist. Na, Papa, dann anfangen. Hähn, hähn. Schau, das ist mega schön. Yep. Schnappisch nicht. Falsich, Falsich. Mehr hat doch Meredith. Nee. Kommst du auch schon da? Ja. Sayö. Nee. Und Christina? Nee. Dizzy? Nee. Falsich, Falsich. Falsich nicht. Sayö. Baba. Baba. Das muss ich trage sein. Es ist so scheiße, dass du Patrick Dempsey in der Stimmung hast. Du brauchst nicht warten. Wen? Wo ist Patrick? Ich bin. Ich treu. Grit. Ah, ja, ok. Nämlich kann ich ja noch sein. Ich bin schon hier scheiß vom Transformers. Drinnen? 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 Du. Drinnen? So fattig. Nein, das ist wirklich Dürf-mäßig. Hast du gesagt? Das war so... Hm, mal los. Ah, Daddy. Ich warte gerade bei dir. Ich überfühle mich. Was ist der Freundin? Ähm... Da muss man dabei sein. Par contre, ich hab nie geguckt. Warte, hast du... Hast du auch gehen, Lou? Nee. Papo? Äh... Weng serious? Ah, Savage, äh... Von Dalliot, von ähm, Scops. Ah, ja, definitiv. Jason Seagal, ja. Do it. Do baby with me. Do baby with me. Nee. Nee, aber dann Jason Seagal. Nee, nee, nee. Dimash, do baby with me. Ja, so flottin. Bestimmt's? Ja. Ja, nee. Du bist soglann, aber... ... dass ich mich verletzt habe. Ich bin da. Aber dann habe ich mich wieder anders zu lieben. Eigentlich hat dich... Ehh... Hat der DEMO in Stalys in Hannigan, also oder das für Ginger, hat der Freya-Mod gespielt bei Bofi? Ja Und auch bei American Pie? Ja, und du war harter richtig jung, Mann. Auch bei American Pie? Ja, stimmt. Hat der auch viele Segen-Mod gespielt? Er hat mir viel so gemacht, mei. Aber hat das auch... Hat das Fremden schon behält, seine jungen Form? Ja, das auch gesieht. Hat geht nach Teenager spielen. Darianna Grandi. Wey, gefällt er nicht, den Dr. House? Ah, ne. Ich und gar nicht gerne. Nee, gar nicht. Absolut nicht. Aber das ist typisch Latina, das gefällt mir gar nicht. Ich und Latina und alle gut... Latina und alle gut in einen kurzen Auflaufdatum. Der ist wie zu laut am Kaktus. Hatten denken, das hat war gut, aber du hast hier den Mac Miller gestorben. Und ich meine, das hat ihn wirklich... Das ist ein großes Leben. Und du hast hier in der Thin das Leben geholt. Und ich meine, das hat funktioniert. Wer hat? Darianna Grandi. Die Mac Miller war sein großes Leben. Hat heute ihr alle fertig brächt, um ein Beziehung Foto zu machen von einem Mann, der richtig konkret wird. Aber stimmt, genau. Du wißt du, er hat das nur... hat das schon zwischengedreckt. Aber die nächsten Geschäden. Das hat Marina auch mal einen Rastschritt gemacht, gell. Das ist nach Demi Lovato. Was ist denn... Selina Gomez? Nein. Auch nicht. Hat du jetzt so einen Scheiß-Obergang gesetzt? Miley Cyrus. Wurde Jungfer, ja. Ja, Wurde Jungfer. Da fehlt man den Penner da. Da schlitt ist er ja. Du schlitt die Bubble hier. Ja, definitiv. Mhm. 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 Taylor Swift. Ja, ja, ja. Definitiv. Mhm. Definitiv. Mhm. Das ist auch ein aufgelagter Butterschmier. Ja. Direkt. Mhm. Helene Fischer. Definitiv. Hurt er das richtig. Das hat man nicht... Das hat man durchdrainiert die Kärfer. Er wurde ja nicht. Also hat er die Kärfer da. Muss freundlich bleiben am stream. Trotzdem wollte er gesehen sein. Oh, Hena sind dumme Wichse. Ja, sie waren aber eine schöne Gruppe. Und sie sind auch immer bester Kollege, weißt du? Weil Hena auch mega auflösen Dingens wird. Ja. Jetzt hat's da noch. Ah, okay, ja. Ja. Heute Club? Nein. Mit Junkfe. Aber ich hasse den Stimmen vom Heute Club. So, Junk ist nächstes Top und er hat sechs Schlimmes Gute. Whitney Spears? Mit Junkfe. Weil das lebt gerade bei mir. Ähm. Ähm. Äh ähm. Egli. Be, Be, It's a Abs, ne? Beatrice Egli. Ah, Beatrice Egli. Sie hat das schön. Ja. So, das schön Gesicht. Mhm. Ja. Mami. Hm? Mami. Mami? Ja. Mami. Wer comentariosvos. Ich mache meine hydrogen случае zu weitermachen. Das ist so. Demmeruatzen. Demmeruatzen ja. Angeleina Jolie. Ja. Beine husband. Jennifer Anstern. Ja. Christianowren함ist Arbeit. Nein! Sieg! Meine Seuels! Ich soll gut kennen, oder? Nein, das erste... Das erste Schröder! Den erste Rappen für dich! Ah, nein! 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 Eita Bullett! Komm mal! Nein, das ist ein Bad Böschen! Auf der Seite sind wir Stevens, oder? Nein! Sandra Bullock! Ja, Sandra Bullock definitiv! Bin ich einig? Nein! Ich fand ihn sehr sexy! Hey, ja! Oh, den I in Sommerhelder! Ich stehe auf Bengadilfleisch! Schau mal, der kommt! Dann Joko! Ja! Oh, ich bin Specker! Wie wäre es für dich, Kim? Nein! Nein! Du, dein Daniel Brühl! Nein! 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 Ich habe noch ein Promi-Flex! Nein! 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 ich erwähne was für dich nein ryan gosling gehen wir jetzt sicher ob den Kaulitz steuern äh den Tomi Raya hat das transgender logout hat das im gang einen typ zu gehen den aliot äh wie hier schaut ja das ist ein deutsch komedian das ist ein deutsch komedian das ist ein deutsch das ist ein deutsch das ist ein deutsch John Lennon nein nein der Lionel Richie ja und dann auch den Köppelzern drin du musst doch wissen John Lennon hat so ein paar Socken gekauft das ist er nein wir hatten erklärt ihn wird hundertprozentig von John Lennon gegloch aber weißt du was nach mich skurril war in der ganzen Geschichte warte er hat ein Asiatischfrau und John Lennon hat hier auch ein Asiatischfrau warte er hat er hat er hat er hat er hat er hat ich weiß ich weiß wie ein Tipp der Kim noch gefallen denn die wo x-faktor moderiert wird ne 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 h steve warte kenne warte dieses mein mein st mein 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 warte warte ne Aber die Garten und Anne können Skywalker spielen, den er so von hm. Nur Kaliente. Dadell. Näää. Aber nur mittlerweile ja, so Dekunita ne. Ah, das war Michael Geller. Und er hat das mir einfach zu tun. Näää. 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 Äää, hat das noch ein Unterschied, wenn es das will tun? Näää. Megan Fox. Megan Fox. Definitiv. Ja, innermann. Kiwamati. Jaaa. Ich hab das viel mit dem Mikro dekonert. Und mein Herz hat. Nääää. Nähä. 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 Ich meine, du werde ich bei vielen so ein ähm... Knossi, hi, der ist doch eh für dich. Ein Down-Syndrom, Tipp. Nee, 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 nee. Ähm. Oh, nee. Ah, der Grunk, der Grunk. Der Grunk ist richtig ein Daddy. Ja. Ja, das ist so, Katzi, also den... Den gebe ich auch, aber... Ich empfiehlt es sich richtig zu. Ich empfiehlt es sich nicht zu. Er ist viel, oder? Nee, ich empfiehlt es sich nicht zu. Äh, den Allotrix, ja. Ja. Äh, den Trimax ging es so ab, so so hart zu fickeln. Weil er ist so richtig schein... ...partikärisch. Habt schon mal nach mir Reide gesagt, ne? Pfff... Was? Den Elias ging es auch so ab, was von mir, ne? Den Mund von dem Schatz, mag ich, ne? Den Mund... Nee, du, den Elias drinnen, einer der Mund. Den Elias, den momentan Nummer 1 ist. Das ist der größten deutschen Streamer, den man holt. Niemand ist Türk. Ja. Ja. Ich fand hier gut nicht schön. Das fand ich den Danger, den du macht spielst, dann f*** du gut. Ich f*** dich gut. Ich f***. Oder den anderen, der so... Oh, ja, ist das schon da. Oh, ja, ist das schon da. Ah, Bachmüller, ich find das gar nicht. Alles Lesbeisch! Ja, Bachmüller! Nee, das geht's. Ah, da interessiert mich nicht. Lesbe? Ja, denn... Anni, der Duxing Freundin. Hier ist es noch. Ich komm nur noch nicht mehr auf den Namen. Ja, der Duxing Freundin. Ja, der Duxing Freundin. Ja, der Duxing Freundin. Ja, der Duxing Freundin. Ah, guck mal, wie weit Phoebe Urwin aus, Mann. Da kann ich nicht hin. Du, ich bin in Pandora. Ich hab keine Katze, wenn ich verließe. Ach, Schuryuka. Sommerweit Urwin. Phoebe, das ist der Siebenzing. Du gibst doch ein paar Rechte. Ich gebe auch ein paar Rechte. Ich gebe auch ein paar Rechte. Ich gebe auch ein paar Rechte. Siebenzing aus Alarm. Ich habe ein paar Rechte. Da stehe ich es nicht. Phoebe, das finde ich einfach nur mit einem Hullnuss. Ich will, dass ihr nicht verletzt geht. Ich werde das. Das ist auch nicht mehr so. Hey, ich rückkomm, weil es den Rohhatat hat. Und alles gelöscht. Und geklickt. Guck, denn den anderen, den hier ist, Kim. So neul. Elias an siebener Numsisch. Guck, denn den Monon. Das ist die Größten, die immer Momentum. Wo ist eigentlich her? Weil ich sitze auf Blüte her 120-jährige vor Лени? Sie töten es immer laufen. Sie Disabilitypedo undoked ihr Euh, wennst duки oder auch noch four zuranstaltung entlassen und macht es nicht? Schauen wir's sagen, ja. Sie sind ***tschalмотр. Sie haben etwas entschuldigtes angezogen. Sie haben etwas über verder thrown von Alarm von Alarm. Das muss ich überdrehen. Das muss ich überdrehen. Ja, ja, ja. Aber die Paluten ist auch überdrehen. Aber Paluten finde ich sehr gut. Nein, das ist nicht mehr. Ich bin sehr sympathisch. Elias war auch Leute, nicht ob der Games kommt, weil die nützliche Banner ist, zugefügt, an Hinas Recherberaten. Sie können mit mir helfen. Du hast dich über, wenn es in den Blanke einstellen wird. Wie lange ist es noch? Das war so gut. Das ist doch mega süß. Das ist doch so süß. Ja, aber es hat mega süß gesiegt. Ja, aber du mögst es, wenn es war ein Schwarz. Du mögst es einfach in deinem Stuhl. Es geht nicht darum, ob es so Etijans sind. Es geht darum, ob es so Bange wird. Es hat so Laschke keinen korrupten Kerz. Das ist nämlich wie S.L.E. Ja, aber ich kann dem Honeypoo nicht nur gucken, weil ich es echt vertrauen habe. Ja, ich kann nicht. Weil S.L.E. hat auch eine mega schöne Frau. Aber ich will es dumm. Hat einen doch permanent mit Hugo. Die wollen alle den Hugo, weil momentan... Hat das Zezume... Hat das Zezume macht unsympathisch. Wie geht das nachher? Ich ging Mischsmashen. Ach so Scheiß. Also ganz ehrlich, was ich so scheiß dumm? Ja, da muss der Flutter gewonnen sein. Wenn ich mich so überlebt habe, dann haben wir ein paar Jahre. Ja ja. Guckt er zu klein und hat er sich schön fragen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tötschen nur. Jutta. Also heute geht der drübe. So, Kim, du, das ist schön, ne? Was? Guck mal, die schlank Blondinen. Weder schlank noch Blondinen. Oh, Mann, ich bin nicht so schwägen, so. Mein Bappo. Nee. Oh, da wird sein Ponce rausgehängt. Kein Ponce, du, wie viel weiß ich? Mach dein T-Shirt gesagt, das ist für Michelin, Mensch. Oh, Bappo. Ja. Du. 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 Ja, das stimmt. So ein fatze Biene. Hi, ich bin eine Biene! Was machst du da? Ich bin ein Kiki aus all fünf Minuten weg vom Stream. Ja okay, woher hat sie denn der Bung? Ja Kim, du hast die Wegschlange verpasst, geil. Das hat sich am Stream und der Bung gezogen. Das hat sich am Stream und der Bung gezogen. Das hat sich am Stream und der Bung gezogen und der Bung gezogen. Warte. Das ist ganz hart. Das ist ganz hart. Tüter Mann. Na schreien ich ihm so, dass du das nicht darfst machen. Oh, das wusste ich nun. Das ist ja alles, was kam. Ich bin ja tatsächlich kein Teil auch, was wir sich fecken am Bildschirm. Und das wäre dann okay. Ja, das wäre doch. Nein, das ist ja auch was kein Ursprung. Nein. Nein. Ich bin ja scheiße. Ich erinnere mich an den DJ. Das ist, ehrlich gesagt, ihr von meinem Lieblings-DJ. Ich kann vielleicht gut Musik machen, aber ich bin ja auch scheiße. Der Kaffee hier fliegt mega auf den Sam... Fab... Fabnini. Fab... Was ist nochmal der Sam-Fanini? Das ist halt. Ich bin ja auch ein Pogponini. Ich verstehe mich. Ich spreche mich. Habt ihr den ganzen Matrix? Ich stehe mich. Der Kaffee, ich meine ich, mich. Ich verstehe mich, ich bin ja nicht. Jetzt bin ich, woher du willst. Aber dann ist sie zum Zyndiger dabei. Ich weiß nicht... Du meinst. Ich bin auch DJ früher. Ich bin DJ Kaff. Nee, Upgrade. Upgrade 13? Na ja, hier ist doch Nationalfeuer. Darum kann ich noch starten und alles. Zack nur DJ. Das war schlimm, Mann. Vielleicht ungefähr 20 Stunden, was du wachst. Ja. Juhu, Juhu, Tomata. Refugee. Sintika. Ali, Naks. Nee, Aua. Ich werde schon sehr kommen, mein Herz hat gesagt. Jo. Bappo. Und warte. Bappo, kriegt mein Lied? Nee, das ist keine Entschuldigung. Ja. Also, Bappo, du willst feiern 20 Stunden mal nicht? Das ist schon neuer der Funnel. Ach, du bist gut gesellschaftlich. Ja, mein Stream nicht, das ist schon neuer der Funnel. Das ist schon neuer der Funnel. Ich hab' den Karte mal zu Brustlelo gemacht, heute beim Labroman. Wie ist denn? Ja, ich hab' den Karte gar nicht nur so gehalten. Ich hab' den Karte 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 gehalten, weil das los schon. Drei Stunden will ich streamen. Zahiel. 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 Dann kam den, muss ich in zwei Minuten haben. Was? Wer geluchtet? Man hat meinen Background luchtet. Ja. Ich hab' den ganzen Tag getrunken. Ja. Ich hab' den ganzen Tag getrunken. Ja. Ich hab' den ganzen Tag getrunken. Okay. Geht was nicht. Ja. 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 Sie sind nun. Da können wir mal eigentlich fummen. Man guckt die Leiste im Hintergrund. Will ich all seine Farben? RGG, Frau Darwin. Ja, das ist auch für mir. Mit Licht halt alles. Das sind die scheiße L-Den, das ist die Möxion, für 6 Euro. Das ist mega geil. Wir sind die mega scheiße Neon Flixen, Fluxen, du hast ein HiFi. Oh, ich komm schon bald schon alles streamen. Du musst den Papus ein streamen, oder? Ja. Ja. Das du auch sowieso das basteln. Das kostet 20 Euro auf Amazon. Ja, weiß ich wie du ein Plopfer hast. Naja. Aber du kannst halt, ich bin dir noch voll stuhlen. Ich muss noch alles verstehen. Oh, guck, du kannst einen anderen. So. Ich mach's aber alles. Ich mach's aber alles. Ich mach's aber alles. Ich mach's aber alles. Ja. Das ist ja cool zu sein, wenn du sie über Toilet oder sonst geht. Das ist ja cool zu sein, wenn du sie über Toilet oder sonst geht. Das war schon alles. Das ist ja cool zu sein. Also hast du ein Pikachu. Ist das so fucking overrated Pokémon. Das stimmt, zu krass. Das geht jetzt nur ein Alter. Und wir sind keine Kro desarmen. Ja, ich hab's echt geschehen. Das ist doch tatsächlich super geschehen. Ja, ich hab's geschenkt. Sie sind auch die Kroотрöse. Ich weiß, dass es Overweight aus mir ist. Es sind aber in der Generation Geburt, wo das Koma ist. Ist schon alles voller Pikachu und Halssturm. Du brauchst Pikachu, oder? Du brauchst alles voller Heimat. Ja, mein Sade war sowieso ganz anders. Habe ich kein Foto gestalten? Ne, ne? Ich meine, ne? Naja, nicht wahr. Du sagst aber auch noch nicht. Nein, du sagst nicht, es war nicht. Du sagst, es war nicht. Da darf ich gerade ein Scream an. Du bist in einem anderen Raum. Meine Brüte war doch der Raum, du bist in der Zwischenzeit. Wacko? Ja. 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 Ja, ich habe keine Arbeit mehr zu machen. Ja. 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 Du hast das kurz? Ja. Du hast das nicht schön gemalt, wenn wir schon viel arbeiten. Du hast viel toll, als mir die gibt es momentan nicht mehr. Nein. Wollen wir uns ein Update machen? Also mein Games? Ja. Schöner. Dann. Gehen. Okay, der geht nicht mehr. Nein, schlug raus. Dann. Für die Zeit ist schon viel geriecht. Oh. Ja. Und das. Kariberto. 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 Und von mega viel Sachen wirst du machen. Kommt's, meh. Mit langer Zeit hat ich wirklich keine Lust mehr, mich doch rum zu fußen die ganzen Zeit. Nein. Man kann... Der Bruder hat mit einem Ende nie gespielt haben. Wieso? Ich kann nicht noch nicht sehen. Ich weiß nicht. Was hast du denn denn, was machst du denn überhaupt? Das hat die ganze Stadt jetzt mal so... So wie hat er auch von Ihnen gesprochen? Ja. Du hast doch. Ja. Ich weiß nicht, ob ich's nicht sehen kann. Ich weiß nicht, ob ich's nicht sehen kann. Ich glaube Pua-Gur, weißt sowieso, ohne Scheiß. Ich glaube Pua-Gur und ich habe die Stunze gemacht, die Brosseln zu snacken und sie dann nur zu machen. Aus meinen Backnoten. Und dann? Ja. Ja. Nein. Switch. Lady Devil, Mann. Hier weißt du nicht die ganze Screen, hier weißt du nicht die ganze Screen, weil es ja hell ich kann das. Da weißt du nicht die Screen. Okay. Ich habe mir darüber geschwärt, dass du dein Stream noch ein bisschen mehr animieren. Ich denke, du bist der Kanal. Ja, ich muss definitiv noch alles machen, was er macht. Dass noch viel Potenzial nur wird. Du willst, dass die Patschen an eurem Honda-Grund stehen am Funk nimmendor, weil sie drei PCs stehen. Und er überdeckt dich. Papa. Was? Ich habe kaum eine Sprache in der Pai-Füche. Ja, direkt. Na. Mach ich gerade zum Beispiel in der Pai-Füche. So. Und das Filmsprache. Ich glaube, du hast die Stur, ne? Ich meine schon Deutsch. Ich meine schon Deutsch. Ich meine schon Deutsch. Ja, ja schon Deutsch. Ja, ja schon Deutsch. Ja, ja. Ja, wir haben in der Community ausgereistend ist Deutsch. Oder Französisch und ich laske keine Transgender. Ja. Ich mache noch einmal Deutsch, Lütze und Brössisch. Oh ja. Habe mich doch noch nicht. Und das ging. Ja, nicht. Ich kann nur noch einmal das in die Englisch für die Zmarke. Bappo und das gab es denn? Das geht Und wenn du in den Discord guckst Seht aus Seht aus voll Schon da passen du überall rausgegangen Du musst nicht Nicht tun müssen drasen So Scheiß dran Oh wie soll denn denn Ja Bokuma Was 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 Du hast die Glückwunsch Oh, Krista Wrecking Ball Ich weiß, mein Kling ist doch fertig Nein, 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 dass viel Kohle in die Zeit bekommt Another Day in Paradise Der Töte 4-D-Wanns mit den Pop-to-Spotify-Dales Künstlich gut Musik Ja, mein Poppa, nicht? Ist ja auch mal Bang Pop auf den Iron Maide-Konsel, ja Was? Das ist der Guide-Konsel Schau mal, mein Poppa nicht nachgucken Mein Gott, schöner Ja Ich habe viel Kohle in die Zeit Aber ich habe viel mehr Preise gewonnen Für die Musik, die ich mache Ja, das war ein Release von W.O.L.T.K Ja Wir haben alle geprobert, Riva zu rennen Ich habe viel Beredung alles stehen da Frank Ja, der guckt, der Töte war um 23 oder 20, ne? Die Release war mit, ne? Ja Such dich Hi Hallo, ich werde kämpfen, du Nein, du hast Mütter nicht Oh mein Gott Ich habe mich gefeuert Und dass ich eigentlich Kamp im Mod gemacht habe Und für ein Konsol Ich denke, es ist schwierig Für einen Urschau für mich Plästische Feier zu kriegen Mit vier Krästen zu wollen Ich finde es gut, dass vier Runden Am Corona vier Runde Kora zu Fates gesetzt Für den Covenant Playstation zu kriegen Für den Covenant Für den Covenant Für den Covenant Vor allem Corona Wir sind ja Polis Probierend vorzukommen Weil es war ja auch ganz schwer Hör das Foto von meinem PC Den du sollst geschickt mir Der ist satt ein Poster Ist nicht geschickt Satt ein Poster Satt ein Poster planted Sie sehen Whose Nachrichten Kongekt an ja shaving Word fehlte bildchen damit kabel 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 management das ob sie du hast man nicht ausgingen streamen das sind immer streamings alles. ja aber trotz, das tut mir auch das Kabelmanagement. das ist wichtig, was du machen musst. das Kabelmanagement. den ist hübsch. ja. ohje, den ist sehr traurig. das ist traurig, der möchte mich traurig. ich gesagt, was ich für mich mache. das tut mir vor. ja das. Kabelmanagement. der töne aus dem Marcel ist der setup. guck, du hast den Laptop. ja, den Marcel ist ähnlich. mit dem Laptop, den Ventilator ist gut. den ist cool. bisschen knackig. der PC gehört nicht auf dem Boden. wir sind 2023. oh, das hat der PC um dich. ich will mich, ich komm nicht. ich hab probiert. du, versteh ich nicht. du hast die Cards mischt, doch die Cards mischt. egal, wann die Cards mischt. du musst ihn machen. ja. du hast ein kabel. cool ist. ich weiß, das ist ein Overkill. ja, guck, Kabel sind einfach nöt. du kannst so schöne S lightly sparen. wie kann die Kabel drin sein? du? du kannst einfach mal mit den Kabel tun. wie weiß ich die Kabel, du denn? Ich fand, dass du aus Overkill mit dem mega fette E-Kon-Drehen Von Pornokuma? Ah, Bass, 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 Bass Bin ich schon mal schaff ins, vielleicht Jaa Wie wird du denn größt den E-Kon-Urwen? Ich gebe es umgedreht, man Natürlich Voila Ich verstehe nicht, dass die Bildschirm über den E-Kon-Urwen Schade, zwei Rangzeitchen Ich weiß nicht, dass wir zwei E-Kon-Urwen nehmen oder zwei E-Kon-Urwen Aber so, ich weiß nicht Oh, gut, nur so Jaa Das ist schon Jaa Das ist schon Was? Das ist schon der Beste, das ist wirklich der E-Kon-Urwen Ich bin dann der ganze Hund Jaa Oh Gott Das ist so, wie wenn ich meinen Kummer poste gebe Die sind auch schön, die sind auch richtig Die sind auch richtig Die sind auch richtig Die sind auch richtig Ich mache so Regal hier, man, auch die Blumen Ich will mal sagen, sagen, lucht mal, weißt du, wo die Leute wohl gehen und ploffen machen Und dann,akin sieht das so aus und zum Funktion in der Dach Jaa Ja das der wird schmacht, denke Jaa Und auch man stutzt und knascht dann alle Du hast ein Musikproduzent Ja Wie du sprüchen aus Wann schon lange da durchkucken Landweilig Wie die stunden sind, war's cool Problem aus seinem Mauspad Du hast nicht die Kabel Das ist geil. Das ist ein mega Base. So, Kim wissen wir, wie lange mein Büro ist. Und mein Gaming-Room fertig ist. 15 Meter. Ich meine, die Cabin wollte mir Hayona... Das ist schön. Die Cabin wollte mir Hayona bis zu vergrößern. Too much, Matte und Deko-Panel. Ja. Die Mouset mich irritiert. Uns Ultra-nice ist die von Gems Hardware. Oh nein, die Bands Hardware. Ja, das ist mega abgehoben. Sehr schön. Sehr schön. Manch, du gingst also bei Pinterest. Dinger Kuckemann. Und du hast die Nufang. Ja, das ist die Nufang. Und du hast die Nufang. Und du hast meine nächste Streaming auf Wollabila. Du musst auf jeden Fall vorstellen, ein Kollege Schumann, der sein Büro als den alle Wickel des Fuseen kommt. Au revoir. Ja, aber... Die waren aus Recycler aber... Die sind geil, das ist ja. Die sind mega geil. Ja, ja. Ich weiß nicht, wie ich das integrieren soll in mein Setup. Weil ich würde gerne auch ein vertikaler Bildschirm setzen. Ah, das ist doch nicht easy. Nein, das ist nicht für uns installieren. Das ist nicht das. Das integrieren in mein Bildsetup. Weil nämlich... Das Problem ist das, ich werde hier nur komplett auf Kurve Bildschirm aufwiesen. Und ich fand es nicht schön, ein Kurve Bildschirm als vertikaler zu wollen. Aber es ist komisch, wenn alle guten Kurve sind an ihn als... ...weist. Es ist ein E-Curve, nicht ein Un-Curve. Entschuldigung, weil ich noch ein Un-Curve darf. Ja, ja. Ja, das ist sowieso. Ja, das ist sowieso. Aber ich bin auch ein Mensch, der unbedingt... Ein Monk. Ja, ein Immense-Monk. Es stört mich schon, dass ich... ...nit ähnlich kann, wie man drei verschiedene Bildschirme von drei verschiedene machen kann. Aber das für Low, so wie Low-Ausse, ist nicht gut. Aber vielleicht kann man momentan auch noch ein Bildschirm holen. Kim, mein PC steht da rum, Bruder. Oah, schum-Disch! 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 Ich zumindest auf den Plassen! Ja, aber ich bin absolut kein Platz auf meiner Deutschland. Geh mal im Kaffeeinigen Sachen reizen. Und Petra, im Kaffeein sind sie doch ein, Bruder. Geh mal im Kaffeein reizen. Ne, ich will die Sprache-척. Aber man steht da gut, Bruder, Das ist schon wirklich ein kleiner Platz für den Hinschchlein, weißt du? Und wenn der Insel geht, dann ist er immer wieder in Warten. Schon zwar gerade ein Make-Up-Bur da, ne? Ich weiß nicht, okay. Oohh, du, 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 du. Wir haben die Fege-Schwarz, ich muss mich noch komplett geschossen. Lauter Knie, jetzt, gib mir. Nee, schon einfach mal, die Links-Seite, guck mal, mir schon die Rechts-Seite, du gehst. Also geht's schon, gleich noch ... Gut geschafft. Mega die Brüder. Ja, das ist mega die Brüder zu tun. Das ist mega die Brüder zu tun. Du hast nur Fotos gemacht. Also bei dir ist nicht der Kabelmanagement bei dir. Ah, außer bei dir. Ja, das ist beim Kim. Was ist für mich? Kim, also. Er hat gesagt eine Dode in dir, als Kim. Er hat gesagt eine Dode in dir, als Kim. Kim, das Dode ist nicht schön. Das ist nicht schön, um zu gucken. Das ist schlimm, was du alle selbst gesagt haben, das sind alles Schlüssel vom Nautor, wüsste. Wie weit leuen die, du? Switch an den Ake direkt, Mann. Ah, dann Ake, ja. Switch? Ja, das ist gut. Okay, der will doch kein Foto von einem Büro momentan, der gesagt, das ist schlimm. Oh, ich muss dann abstimmen. Mann, es sind... ...heben kommt. Ich bin schon noch gemittlicher Hina gesehen. Und die haben alle Sturm, eigentlich Sturm mit der Küche gepennt. So, ich kann eigentlich kein Foto raus schicken, und wenn ich mein Büro weiß, dass ich hier gesagt habe. Guck mein Deo an, du. Ich fack mein Deo an. Was denn, wen? Mein Deo. Das ist hier gerade ein Bosteln, okay. Na, Großfenkelkamera. Großfenkelkamera. Passt nicht zu weit fort. Ja, mein Computer steht so. Haha, steht im Beutern. Oh, schon so viel Deko hast du da, Mann. Das hat auch schon. Manche haben wir nur Spray durchsturm. Oh, ich gucke bei einem Bad Book, es hat sich böse aus. Oh, ich gucke bei einem Bad Book. Oh, ich gucke bei einem Bad Book. Das ist nice. Ja. Ich gucke bei einem Bad Book, es hat sich nur ein Büro weiß. So. Wart. Ich habe alle gehörende scheiß Zangen, du. Weil ich schon juckt hier mit mal ein. Wieso? Wieso? Ich brauche die Nummer, die Zange ist mir ja nützlich. Und ich spiele auf die kleinen Bildschirme. Du hast den Fernsehen, der da mit. Oh, warte. Ich ging auf den linken Zucken und der weißen ganz links, Mann. Nein, weil die weißen aus mir größte Bildschirme. Weil ich mich schon störe, dass er drei verschiedene Bildschirme aus. Und ich dann lieber gehört, dass an der Mitte wenigstens der und die größte ist. Und links auch jetzt wenigstens ungefähr die nämlich größte ist. Ich bin ja in schon... ... 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 ich fand die du für mich schön er denkt auf uns du kannst du direkt belichtung wird sie um es sind meistens freundfuhren in direkter belichtung ich fand die du sie so krumm nee nicht die du und du hast mir sinne drun du hast mir sinne drun ich dachte diesen Kanton das gehörte ob die auf der Foto du musst mich nennen und ichs noch nicht oh man 3.1 kannst du mega geil vor mir machen ich muss nur gucken ich muss nur gucken zum kawin sein durchgesehen du steht einfach gut nein du leidn' hupsball ich bin beim Hund ich gucke danke du leidn' hupsball ja und das war das ja ich bin seit Saakon der Restinemokontroller ich bin nicht ne Zufriedenheit ich will doch bis nur du werte schulds her bei mir ist alles martinendinger halt von hin in high steuert ich muss nur mein Stuhl aus die Barsch investieren die ich gemacht weil auf dem Sitz du wirklich spott dabei ist da gebe ich nichts wie Pannehäuser jetzt und dann gehe ich mein Reger auf mit der Weidung aber du musst aufpassen du musst aufpassen hast du bei äh 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 du musst du nämlich aufpassen weil grad ähm 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 äh du musst du schon auf der Körpermaske gucken für den Stuhl vernehmlich ähm äh 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 im äh äh Ich weiß nicht, wie du mich befüllen. Er weiß, man immer kurz und stimmst schnell genug. Ja, das ist schön. Im Alter hat er nicht mehr in den Reflexen. Ah, der Kufi kann sich Zeit tun. Zeig doch schon, was er braucht. Ja, meh. Kim lässt sich in den Reflexen. Ich bin kein Shooter mehr, Kim. Das stimmt nicht. Wieso Bappo ist für meinen Stuhl nicht bezüllen? Ich habe ihn nicht bezüllen. Der Name ist Kavit. Alles muss er bezüllen. Oh, er hat mir die geschminkt für meine Krishnaskottel. Das ist so was, wenn ich will. Das ist zu dir. Das ist eine gemütliche Auszeit. Das ist ein Kuschlau. Oh ja. Das ist so was. Ich habe ihn nicht bezüllen. Ihr seid nicht mit der Schaust. Es ist der Schaust. Das ist das Allerbeste, wenn ich nur Urheide kann aus der Kante. Das ist der Schaust. Wir können ein R-Fäßchen draufstellen, das ist ja praktisch. Im Heidegesuch kann man sich ja R-Fäßchen bringen. Aber... Was ist denn da von Fäßchen? Ich habe keinen Moment von der Kau. Da bin ich Fäßchen immer kalt. Ich habe dir gesagt, dass du einen Job für die Arbeitern kannst, aber... Nein, weil es sind dann von einem Person, die mega auf Buffet sind. Ja, dann geh wollen wir dann. Ja, aber ich bin nicht gewinnt von hierher. Ich muss noch nie schlappen und... Also, ich schlitter in der Leber gehen auf Maui wie schlappen und so. Das war schon... Ich fokin' nötig, das Schatz. Ich bin ein schöner Papi, wenn ich bei meinem besten Kollegen bin. Hier war eine lange junge Saale-Boot, gell? Und das ist ekelhaft. Mehr bei ihm ist das ekelhaft. Und eure Käse war eine Stammartmenge Strümp und Kisch. Ihr seht hier so. Als es nicht lieber schlapp nennt. Oh, bis 600 Kilo. Das ist schwer, dass du noch nicht kämpfst. Musst du nach was? Ich war für 500 Kilo bei oder? Ich meine 50 Kilo. Du hast kein Faf mehr wie Gring. Magst du dich cool aus? Das ist wie Slytherin. Ja. Kann auch von der Gring hoch. Du kriegst Shae Gring und du kriegst auch so ein Giftgring. Also der Stuhl, wo ich will, dass ich auch so viel klappt. Von dem Viego sein. Und da kannst du rein. Den K... Die kaufen nicht immer so bald. Gell? Komm mal, fertig. Mein Schaf hat sogar ein Secret Lab auf der A. Als Stuhl. Selber kaufen. Ja. Mit dem Duina geschlacht. Ich weiß nicht, dass ich hier komme und hin zum Badmann ziehe. Und im Regen nicht so. Was ist das Secret Lab? Und dann so. Wie kennst du dich so, wenn ich kenne? Wie ist das? Wie ist das, dass du noch nicht scharf hast? Wie ist das hier? Wie ist das noch? Wie ist das noch nicht scharf? Wie ist das noch nicht scharf? Wie ist das? Wie ist das, dass du noch nicht scharf? Wie ist das hier? Du hast doch alles. Ich bin Kargo. Schwer, wenn du deinen Kooperationen und Secret Lab kein kreieren. Aber musst du streamen. Wie kriegst du Secret Lab meistens? Du musst den Secret Lab selber bestellen. Ja, du musst bei ihnen selber bestellen. Die kommen aus Polen. Die sind relativ schnell. Du kannst dein Secret Lab schon beobachten. Du bist von Vela-Leitung, Papa. Ja. Du musst den Park zu schlafen. Ich kann nur so ein... Ich finde, sie müssen von mir gehen, bis dahin zu schlafen. Ich glaube, es ist nicht so. Du kannst den Park zu schlafen. Ich habe den Park zu schlafen. Wenn du den Park herst. Ja, es ist in den Park zu schlafen. Wird sie ein Park zu schlafen? Ja, ich bin der Park zu schlafen. Ich bin aber erzählen. Das ist normal. Ja. Wir sind die so geil für Rob zu setzen. Ist die geil? Was ist das so? Das ist so. Das ist so. Was ist das so? Was ist das so? Ich muss mich so erzählen. Ich muss mich so erzählen. Ich muss mich so erzählen. Ja. Ich wollte die Kim kriegen. Ich fand es gut, wenn ich mir denke, wer die Kim machen ist. Ich weiss, da sind die Leute verwirrt. Auf dem schwarzen Namen. Guck, guck. Das ist geil, wenn es dann denken kann, kannst du sagen, also mein Mann ist Kim und mein Papa ist Kim. Die werden dich nie Kim nennen, weil er das eben schwerer nur um auszuschwarzen zu klagen. Und mein Eltern haben mich auch Kim genommen. Weil sie auch Kim will. Ja, Kim. Okay, hi. Kim, brauch ich den? Ja, okay. Das ist auch gut, dass es vorbei ist. Was ist denn? Ja. Ja. Oh nein. Ich habe die Kuss, die Hunde zuhören. Sie sehen heute. Sie sind das ganz nett. Was ist das? Was ist das? Mann, Mann! Mann, Mann! 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 Du meinst das? 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 Ich gucke schon die kleinste Variante. Geil. Das ist schon das Small. Ja. Bei dem Carving sei einer ist mir zu groß. Es ist schwer wenn du an der Lucht. Du musst dann mich hoch sein. Nee, das hat doch keinen Sinn gehabt. Das ist schon alles. Weil wie ich meine an der Tat, ich will nicht immer auf Singen gesp... Also immer Zwingen. Ich weiß auch nicht wie lange es dauert bis sie auch können. Verschiedene Sohne dauert mega lang. Eine andere Sohne dauert nicht mehr. Also ich habe schon nicht gefunden, dass sie bei mir lange gedauert haben. Jetzt sind die wo ungeduldig sind. Ich will das machen. Für mir war das scheißegal. Mann, ich hatte hier ein anderes Stuhl. Ich hatte dem Carving sei Stuhl. Der Tee-Song-Fung hatte Carving kein Stuhl. Ich hatte das noch nicht mehr. Und ich habe das nur in den ersten Teil. Ich fühle mich nicht mehr, weil, wenn du die Leute nicht mehr fährst, ich habe das nur in den ersten Teil als ich nicht mehr oder nicht mehr lange gedauert habe. Auf den ist das nur in den ersten Teil. Ich habe noch in den ersten Teil des Spiels eingelesen. Ich habe doch dort gedauert. Das war das auch nicht möglich. Ui. Was ist das denn? Joach! So, Bab, ich koche einst von einem neuen Plast, ich will nur so. das kommt einfach weil ich upload zwei streams laufen was war kick ja manchmal auf hier ist man in der tütschen in der kick ich kann auch die Nobel-Share aus dem Montag. Also der Montag, also aus Partnern aus denen. Ah, okay. Und noch den Alu-Tricks. Ich muss so, wenn du all die großen Amerikaner streamen, sie sitzen alle in deinem Secret Lab. Ja, weil ich denke, ich denke, amerikanisch machen. Und die Deutsche sitzen alle in deinem Nobel-Share. Gute, ich geh auch nicht mehr so, wenn ich ein Kontakt mit Nobel-Share rein. Ja, gut. Ich geh aber trotzdem lieber immer ein Secret Lab holen. Du hast meine Spezial-Edition. Ich feiere die Stühle nicht mehr. Ich soll sogar eine Fortnite-Edition von einem Stühle. Du hast eine Minecraft-Edition. Du hast eine Fortnite-Edition. Aber die Fortnite-Edition gesagt, du kannst sowas Nulls machen. Sau von Olle, man. Witcher. Ich bin mega froh, wenn Sau eine Ganschinen-Impact-Version kriegt. War doof, war doof. Ganschinen-Impact hat eine Kollaboration-Mod Tracer. Aber Tracer stellt sich nicht so geil. Pokémon hat auch ein Mod-Dinger. Dingens. 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 Ich bin ganz kollektierend für Ganschen bei Razer-Kav bis auf die Stühle. Das ist eine Mose-Patt-Dinger. Dingens. Und ich habe bei Pokémon schon Gamer gewischt. Ja, bei Razer, ich habe auch alles gekauft. Ich habe das immer auch alles gekauft. Das ist ein Mose-Patt-Alles. Pikachu hat Marys-Kuh-Lay's-Kuh-Lay's-Ku. Einmal RGB Du kriegst noch aber du beziehst mega teuer, weil es nicht limitiert war Hast du den Gaming Stuhl an? Hast du den Gaming Stuhl? Ah, das ist der Gaming Stuhl Du gämst nicht lang Nee, ich fand die war drüber wie teuer das alles aus, weißt du Das ist immer in Harry Potter Monat, weißt du, die war auch eigentlich... Du wirst auch decken mit der Reise Welche Runde hast du zuerst? Ich bin schon ab, dass du da kannst Ich krieg von Reise und Pokemon Was? Kopfhörer Die geilste Geschwindigkeit... Ja Ja, das geht Die Kaffeine hat mir die Kaff, man Warte, ich sie schon wieder Ich muss gucken, wo ich sie gestört bin Aber ich kann, dass der tote Hohet nehmt einen anderen Raum. Hinsicht der Arbeitsschutz und dort gesetzt ist er. So. Kuga. Ja, auch so. Du bist so mega. Oh, ich bin so mega. Oh, ich bin so... Guck, Papu. Ja, ich kann nicht. Aber wenn du aufmerst, dann machen sie Pikachu. Oh mein Gott. Guck. Schau, dass ich für meinen Geburtstag kriege. Ja, ja. So, lasst du mir oben in der Seite? Ja? Für wo? Ja. 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 Oh, ich fang nur bei den letzten Knitze kommen. Oh Gott. Schöne ganze Brustleer, dir scheu gemacht. Gibt es heute noch einen zu machen? Nein. 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 Ich habe schon kein Aktiv-Command mehr. Moment. Es ist schon so alt fertig. Entschuldigung. Ich muss... Ich habe schon mal ein Aktiv-Command mehr. Ich habe schon mal an den Knitze. Und sie ist bereit. Ich habe schon mal ein Aktiv-Command mehr. Ich habe schon mal einen Aktiv-Command mehr. Und sie hat auch einen Aktiv-Command mehr. Ja, sehr schön. Den Ehen... Den Ehen aus für meinen Achsfreund. Wie war am Ende, bist du jemanden hier doch gefreut für ihn zu feiern? Du sollst schon Kaffeein direkt. Das ist okay, ich schicke ihn an ihm. Sehr gut, ne? Sehr schön kommen. Die Tiere, ich... ich gesehen hier auch. Aber jetzt, so. Ich tölfe nicht, aber noch ein bisschen. Okay. Ich verstehe, was er mit dem Alter was abgeht, weil hier mit dem Alter nicht bestimmt 10 Jahre erkannt. Die zwei Achsfreunde sind immer im Stream, Papa. Ist das denn der Mordkrieg? Die zwei gucken öfters nur. Äh, du hast das schon wie ein Roboter ohnehin. Mein zwei Achsfreunde sind oft an meinem Stream. Okay. Okay. Ich schicke nur. Ich schicke nur. Ich schicke nur. Ich schicke nur. Du musst unbedingt die Belohnungen noch erklären. Ich schicke nur. Ja. Ja. Jetzt werde ich das Woche noch fertig, Mann. Also Kimu hat sich gefragt, wieso hast du so viele Zuschauer? Ich schicke nur. Ich schicke nur. Ich schicke nur. Die Bappo weiß viel Brüste. Ja. Fangen wir mal in. Ich bin voll fremdlich, halt bleiben. Schaut sie nicht an Bappel. Ah, für mich? Nee. Es tut leid, mein Schöpum ist so. Du hast vielleicht gucken. Du siehst. Nee, aber dann habe ich noch. Wie viel warst du denn hier? Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, du Weisen, mein. Ich wusste nicht, dass ich ein paar Jahre mache, ich habe so viel andere Masse. Geht es noch? Willst du nicht gerne dein T-Shirt besuchen? Geht es noch? Für wen hältst du dich? Wenn du mein bestes Klingel im Stream hast, dann geht direkt ein Telefon. Du musst doch dein Stream aus. Du musst den Eier behalten, das ist nicht für sich Jenghoa am Stream zu weisen. Jenghoas Nummer war nicht in der Zwischenzeit. Oh, das ist so viel. Ja. Guck da. Nein, nicht nicht Unrecht. So wie die Waffe, oder? Ja. Ich geh mich als Frehmensch direkt vor Kaffee. Oh, für ohne 2. Ich geh hin als Frehmensch. Ich geh mich direkt vor Kaffee. Ich geh mich direkt vor Kaffee. Juhu. Oh, das wird die Fein. Also ist nicht so, wenn ich Single wäre, ging ich mit dem Ström vor Kaffee. Was ist denn so gut, Nadja? Nein, mein Freund lässt mich nicht mehr. Kevin, das ist komplett so geh nicht mehr. Ich geh direkt mit dem Ström vor Kaffee. Vor Kaffee und Kevin singen. Mhm. Ich geh mich so einig. Das ist easy going gold. Ja. Ich geh auch Fotos in meine Face und so. Guck jetzt zu dir. Guck jetzt zu dir. Guck jetzt zu dir. Ich geh vor den Kürmatt truen. Stream einfach. Ich geh mir hin und so kumpel zu gehen. Obwohl so viele Leute hier zuhören und plus Kino mit kleinen Face, du kommst mega, mega siehende mit. Hm. Ich geh in gräst du. Du siehst du und ruchten. Oh, maja. Let's go. Dann flüssen wir schon mal so diesen Ström und alles. Das müsst ihr noch mehr gehen. Ja, das hilft ja die Lolli Leute. Das müsst ihr noch mehr gehen. Was geht denn zu groß? Wir sind zu groß für die Mischa. Tadah! Ferdisch! Das ist kein Grund, schlufen zu Gott. Nee. Das sind das alles. Für Mischa sei nie so ferdisch. Nein, das ist noch nicht ferdisch. Was? Was? Bann aus Pferde, Mischa aus Pferde. Wo ist denn Kevin ein neuer Mann? Nee, nicht mehr. So geschweißen im Kiemelmängchen? Kling dem Montelofroh und dann ging sie direkt her. Nein. Kiem, was sie trat? Oh mein Gott, vergiss, ich hab Giel gesehen. Lass ihn, lass ihn. Overrated. Kuck. Schwierig. Wir waren zu Hamburg bei Marcel, gell? Ja. Freimark, Freimark. Also zu Hamburg durch, der Platz wo die meisten Leute aufgestockten an Hamburg. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen, dass Pokemon strömt. Ich hab's gesehen. Scheiß egal, ob ich aufgestockt ging. Ich hab's gesehen geströmt. Ich wohne nicht vor der Win. Oh nein. Ne, das nach dem Blumand da an der Pummel. Pummel. Die waren nach dem Daen. Ah, Mama, 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 Mama. Christa hat sich bewegt oder Christa hat sich nicht bewegt? Ja, stell mir grad vor. Du musst vielleicht unheilen an dem Dreck. Mach's. Du hast ja schon gegrüßt, ich bin mir groß genug wie die Wände. Ah, stimmt, ich muss gleich. Ja, wo geht denn? Schon die Schulter nicht gesehen? Mietisch geht, ja? Nee, das ist deuschtig. Komm, 1020 Stunden, du packst. Das ist Deich da, ich habe keine Ahnung. Nee, Babbo, guck ich noch und denk, du weißt noch wie ich mit dir so lange heute um Dinge war. Ja. Wo ich irgendwann geschafft hab und boah, aber ich kann dir wissen, den hast du auch fertig. Den hast du mit Mina. Guck. Ah, da ist die Rebo. Ja, den hast du gehabt. Das hat ja gesagt, so Gier, Rau, Blu heißen. Und das ist Orange, Gier, Grein, Mofa, Blu. Heißen auch über die Pferde, steh ich noch in der Sportchecken. Ja. Und die Babbo, okay, weiß-schwarze. In dem Kappen selber weiß-schwarzes, das meinte, Babbo ja auch so. Ja. Ja. Das war ein Mädchen, aber er ist heute am Discord. Ähm. Und ich war am Gange Banschen zu machen. Und Hoppe immer so. Hoppe, wie musst du den, Suche? Keine Ahnung, einfach so aus langweilen. Oh, ich hol ihn den. Okay. Oh, Falschposition. Du hast dich nicht gesehen. Das ist doch so aus diret. Das hat dich gesehen. Oh, Falsch ist einfach so aus." Amore der Gart. Was ist das das? Dirk! Bist du mit Katar? Du bist mit Katar. Der Dirk ist zu spitz. Nein. Nein, das ist ein Böse. Nein, das ist ein Böse. Das ist ein Böse. Nein, das ist ein Böse. Nein, das ist ein Böse. Nein, das ist ein Böse. Weil ich ein Böse bin, ich weiß nicht, was meine Beine immer und mir da passeln. Das ist schwierig. Und so weiß ich, wenn ich ein Böse bin, für das dein Böse bin. Ich glaube, ich habe es nicht mehr. Ich habe auch gedacht, ich dachte, das wäre so, Hanken. Nein, ich dachte, das ist nicht so. Er tröppelt mal auf den Stuhl. Ach ja. Es ist so wie ein Pinguin. Ein Böse ist, aber das ist nichts. So. Sie ist vom selben O-Feld. Ich gebe auch, wenn ich ein Böse bin, wenn ich ein Böse bin. Naaah Amüse er sich noch so kümmern Ich muss nicht so Nee, okay Du musst nicht schaffen, oder? Du musst nicht schaffen, oder? Was? Da gehäuse dreht immer ein Bett Das ist doch nicht so frei Du musst nicht so kümmern, oder? Du musst nicht so kümmern, oder? Was ist ein Verbo, glaube ich? Ich bin so kümmern, ich bin so kümmern Ich bin so kümmern, bis jetzt, tschau tschau Ich glaube, das ist ein Verbo Ich glaube, das ist ein Verbo Ja, aber das ist ganz ein Verbo, kümmern Das ist ein Verbo Ich glaube, das ist ein Verbo Du hast nur 20 Sekunden Ich glaube, das ist ein Verbo Ich habe noch einmal die Säge gehört. Ich habe noch einen Malkang mit 20 Stunden, das ist super. mein scheiße mein größer sind das sind dann auch ab alle alle, wie smooth wahrscheinlich smooth, ciao mein scheiße Ich bin einfach so, dass ich... Ich bin ein Schmerz. Deshalb... Oh... Ich bin nur... Aber... Ich bin... Ich bin... Oh... Oh... Ich bin... Ich bin... Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Vielen Dank. 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 ... 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 Das war's für heute. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Wuh! Wuh! Ich habe mich auf dem Weg genommen. An die Nase in die Zeit ist das in der Zeitpunkt. Wuh! Ich bin der Fall. Was ist der Fall? Das ist der Fall. Ich habe mir das Schuss gemacht. Ich habe mich aufgenommen. Ich habe das Schuss gemacht. Ich habe das Schuss gemacht. Ich habe das Schuss gemacht. Wenn ich mich auch daran daran erwarte, was ich gehört. Wenn Du bist ,, was ich weiß mich, was ich. Was? Das war, das quanhin herausgelegt sich Growing. Das war die Übliche Hose Pilot danger. Wir sind immer ein Geist mit Hive-Editalien. Aber erst war die Übliche Hose-Editalien... und erst am werben Hunter. Ich glaube, das macht vielen Gästen durch mich. Das wird wohl, dass wenn ich das Hose-Editalien habe. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war die Kaffee von SIG, man weiß nicht. Aber ich habe 45 Jahre in der Kaffee von SIG-Linke. Das war auch schon. Wo war die Kaffee von SIG-Linke? Ich habe mich gesehen. Ich habe mich noch auf diese Kaffee von SIG-Linke. Aber ich habe noch nicht gesagt, dass ich noch nicht gesagt habe! Ich habe mich nicht gehört, was ich eigentlich nicht mehr? Ich habe nichts gehört. Wie geht es sich? Geh, bitte! Es ist echt, was du? Echt? Mit mir das up daran denken, ob ich ihn triffolzen bin. Ich glaube, was noch nicht weitergeienced? Verrückt doch nicht mit mir? Gut, was ich schauen? Wovon es ebensoацию! Ja... Sign mote ich mich interessier. Was ist das Schiraja ein wenig? Wäre ich einmalわか? Wie wäre ich das, was ich... Ich bin nach deinem Koffer. Ich muss mich auf was zur Verfügung, dass ich mich einmal tun... Ich finde, es sind die Schlangen. Okay... Amen. 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 And we can learn. Richtig viel zu dünnen. in der Das war's für heute. Das war's für mich. Ich bin? Ja. Ich habe die Analyse überprüfen, was ich? Wie war das? Nein, ich habe nur... ... das ist ... Ich habe mich nicht verletzt. 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 Dann, in der nächsten Mal, Gandal-Bass. Vielen Dank. 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 Dann werden wir die Schatztouren suchen. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann die Side-Stories von den jeweiligen Charakters durchspielen und die jeweiligen Gegenden komplett durchscannen. Heißt, das heißt, die Klartext, die alle Gegenden auf 100% zu bringen. Dafür wache ich jetzt auch etwas die Texte durch. Ich wäre auch etwas zu lesen. Okay. 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 аст, Of course, Ich bin ein Kuss, aber ich bin ein Kuss. Ich bin ein Kuss, aber ich bin ein Kuss. Entschuldigung, das ist die erste Ahnung, das ist die Energie, die Sie nicht sagte. Die Verteidigung hat dann schon wieder geklappt, die Sie doch noch nicht... Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Das war's für mich. Ah, ich habe schon immer gefragt, dass ich mich nicht mehr überrascht habe. Ich habe sogar gefragt, ob ich die Gani nicht größte, warum ich mich nicht mehr überrasch? Oh Gott! Ich habe nur den Geist. Ich habe den Geist. Ich bin echt gut. Ich bin der Fall, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle, dass ich mich nicht so fühle. Das war's für mich. Hallo... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Das war's für mich. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, Bichia! Ich bin wieder. Diese zwei sind du deinem Freund? Das ist ein neues Mann. Sie sind auch der Kugel. Das ist ein Kugel. Ja, ein paar Moraen sind... Ja, ich habe einen kleinen Moraen. Moment. Ja, ich habe nur einen Moraen. Das ist aber auch ein Moraen. Das ist aber auch ein Moraes. Das ist doch ein Moraes. Aber ich habe keine Moraes. Das war's für heute. So? Das ist so... Ich weiß, ich weiß... Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr. Das ist auch für dich... ... Das war's für heute. Entschuldigung, danke. Du bist bereit. Das war's für mich. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Das war's für heute. Ich weiß, dass du dich nicht so sagen kannst. Du hast noch zwei Minuten gesagt. Du hast musst du dir deine Hand an, was du... Oh, du hast dich gefeiert. Hey, du hast dich gefeiert! Du hast dich... Ich hab dich mit deinem Lassen geschenkt. Du hast das alles in deinem Lassen zu holen. Du kannst du dich nicht mehr in deinem Lassen... Das war's für mich. Ja, da sind die Zucht hier und viele Zucht. Ich glaube, es ist schlecht. Das war's für mich. Ich hab schon gesagt, dass ich mir jetzt hier verbreite. Es ist einfach so gegründet. Wenn ich das schon sagen, dann kann ich das nicht sagen. Aber das ist das, was ich... Aber das kann ich mal sagen. Aber das kann ich jetzt mal sagen. Aber dann werde ich... Ich würde mich noch sagen. Wenn ich mich dann... Das ist mir so wichtig. Einmal, was ich... Ich weiß, dass ich... Ich weiß, dass ich... Vielen Dank. Ich bin gespannt, wie viel... also gesagt, wie viel Zeit es wird, um ein Upload von diesem Video anzumachen. Ich bin gespannt, wie viel Zeit es ist. 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 Das war's für mich. Das war's für heute. 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 Das war's für mich. Ich bin der Angegenheit. Ich bin der Angegenheit. Das war ein Angegenheit. Ich bin nicht mehr aufgerufen, dass ich mich nicht verlebt. So sind wir nicht? Ich bin an der Angegenheit. Ich bin ein Angegenheit. Ich bin der Angegenheit. Ich bin der Angegenheit. Das war's für heute. Amen. お疲れ様でした。 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 Das war's für mich. Aber ich habe nichts mehr in den Händen zu sehen. Es war so großartig. Ich habe mich schon mal aufgelenkt. Barsal, Tick Ritt, ich bin mit. Die restlichen Händen sind hier. Wenn du jemanden hier in der Händen bist, dann ist das nicht so gut. Ich habe mich nicht mehr in die Händen. Ich bin der Händen. Ich bin der Händen. Ich bin der Händen. Vielen Dank. 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 , 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 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, , , , , , , , ,, , ,, ,, , , ,, , ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,,,, ,,,,, ,,, ,, , 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 Jetzt gehen wir mal mit Sanosisch an. Ich verstehe, dass man wohl ein bisschen eine Locate minimiert hat. Ah, das ist ein bisschen besser geworden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung für funk, 2017 Das war's für heute. Das war's für heute. Wir haben eine Flüchtlinge mit dem Toilett eingeführt, und wir gehen weiter. Vielen Dank. 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 Ich habe noch eine Sitzung. Ich bin ja auch Haaland. Ich bin echt sicher. Oh nein! Ich bin echt riesig. Ich habe einen Ange-B side. Aber ich habe ihn. Es ist sehr, wenn ich mich daran mache, ich mich darauf... Ich habe einen Angegelegter. Ich habe einen Angegen. Ich gehe einen Angegen. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Da dann kochen... Die Verlustten. Aber da ist es mit den Befüßen. Versuch der Befüßen? Können Sieyd. Da sind Sie, nicht nur aus. Sie sind hier ein Hilfisches Geist! Also kann ich das auch unge Link machen. Das war's für heute. Das war's für mich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. 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 ... 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich habe mich auf die Körlein-Schein gesehen. Das ist eine kleine Körlein-Schein. Ich habe das Gefühl, dass ich so viele Dinge auf dem Körlein-Schein sehe. Für mich ist das Körlein-Schein. Ich habe das Körlein-Schein. Ich habe das Körlein-Schein. Ich habe das Körlein-Schein. Das war's für heute. Also habe ich mich auch von Sehno-Sempern gehört. Als der Berliner Reise hat, war die Kinder und seine Kinder genommen. Der Berliner Reise hat sich selbst zu einem Zeitpunkt an der Berliner Reise aufgeführt. Der Berliner Reise hat sich nur noch die Berliner Reise. Was ist das so... Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Vielen Dank. 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 ... 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 ...... ... ... ... ... ...... ...... ... 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Vielen Dank. 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 Okay. Okay. ... 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 Ja, das ist ein sehr guter Zeug. Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ......